Vor zwei Sekunden. Wow. Hello. Ich bin super schnell. Ja, ich nicht. So, okay. Da funktioniert alles jetzt nur noch. Schmulti. Schmulti. Oh ja, Multi. Ich mag Multivitaminsaft, darauf hätte ich jetzt auch Bock. Davon kriege ich Sodbrennen. Ne, mit Sodbrennen habe ich zum Glück überhaupt gar keine Probleme. Ich auch nicht. Nur mit Orangen- und Multivitaminsaft. Hm. So. Ich habe ja auch noch einen ganzen Döner neben mir liegen, aber ich habe einfach keinen Hunger. Tja. Correct your trajectory. Imminent impact. Imminent impact. Ähm. Ähm. Wenn ich den Code da jetzt eingebe, kann den jeder sehen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, den kann jeder sehen. Ähm. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich gerade mal die... Wow. Den kann wirklich jeder sehen. Hm. Äh. Vielleicht switche ich... Oh mein Gott, was war das denn? Ach so. Das war... Drück mal Shift, äh... Tab. Ah. Okay, cool. Hi. Hi. Äh. 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 Ja, danke. Hast du noch die Zwischensequenz? Ne, ich, ähm, konnte mich im Spiel nicht bewegen. Ah. Ja. Okay. Dann, ähm... Okay, ich hab zumindest einen Sound. Ach guck mal, wir haben schon Sachen im Inventar. Das ist ja cool. Oh, du hast keinen neuen Charakter erstellt, das ist dein Alter, ne? Was? Ne. Man kann keinen neuen Charakter erstellen. Man hat automatisch einen neuen Charakter, sobald man in eine neue Welt reinjoint. Aber du hast Sachen im Inventar. Ja, was zu essen, zwei Wasserflaschen und zwei Sauerstofftanks. Okay, das hab ich nicht. Ah, ich weiß, woran das liegt, weil nur einer hat ne Startkapsel. Ach so. Cool. Aber gut, dass du die Welt erstellt hast und ich die Startkapsel hab. Ne, ne. Das hier ist meine Startkapsel. Ach so, du hast die Sachen in der Truhe liegen. Da hab ich... Genau, und du kriegst sie automatisch ins Inventar. I see, I see. Also, ich hab mir vorher mal den Planeten angeguckt. Ja. Und die Wassergrenze hier... ...ist eigentlich wirklich nur das Loch hier unten. Das hier alles bleibt... Hier steht gar nicht unter Wasser? Hä, warte mal, welches Loch? Aber dann die Löcher hier doch auch, oder? Ja, das steht zum Beispiel unter Wasser. Aber das hier, wo wir jetzt gerade drauf rumlaufen, nicht, oder? Genau. Ah ja, cool. Dann kann man hier ja direkt bauen, quasi. Ja, ich würde trotzdem irgendwie... ...ein bisschen höher gehen. Ja, vorsichtshalber. Macht Sinn. Auslösen. Willkommen auf deinem zugewiesen Planeten. Deine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Erzeuge dazu Sauerstoff, Wärme und Luftdruck. Erreiche zuerst 175.000 Ti und erschaffe eine blaue... ...und erschaffe eine blaue Atmosphäre. Sentinel Corp. Ja, äh, Zutaten. Aber auch gut, dass oben links alles doppelt steht, außer, äh... ...außer dieses... ...den... Ach nee, das 175 Ti, das steht da sowieso noch nicht. Nee. Hallo, Lala. Hallo, Lala. Oh, Inventar voll. Perfekt. Ach, verdammt. Mir ist da. So. Lithium. Magnesium. 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 Oh, schon wieder Inventar voll. Moment, jetzt hab ich deinen Chat ja gar nicht. Da ist dein Chat. Oh, ich muss das... Ah, ich hab mich doppelt. Uiuiuiuiui. Ja, ich hab dich auch grad doppelt gehört. Oh, boi. Ja, das war nicht absichtlich, es tut mir wahnsinnig leid. Äh, mit dem Routing noch einstellen auf jeden Fall. Das, das kann sein. Ich hab einfach nur deinen Stream auf einmal auf laut gehabt, weil ich dich ja gestern quasi auf laut geguckt habe. Was? Normalerweise hab ich deinen Stream immer gemutet. Oh. Oh. Also wenn ich mit dir zusammen streame, weil dann höre ich dich und mich und das muss das, also... Ähm, ja. Ne, ist klar. Hat mir gerade schon gereicht, dass ich meine eigene Stimme beim Einstellen hören musste. Okay. Ich weiß gar nicht, wie Leute das ertragen können, ehrlich. Oh, ich auch. Äh, also ne, weiß ich auch nicht, aber äh... Also, ich muss mich zwar auch selbst hören, aber ich kann nicht meine eigene Stimme selbst hören. Und das händen. Nein, das hat absolut keinen Sinn gemacht. Ähm, also wenn du sprichst, hörst du dich ja selbst. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so meinst du das, ja. Das ist bei mir, äh, also so eingerichtet, äh, von der Lautstärke her, dass das eigentlich passt. Dass ich mich immer selbst sprechen höre. Aber ich kann keine Aufnahme von mir hören, wenn man das... Ach so, ne, ich hab das bei mir ganz ausgestellt, dass ich mich nur, also... Ich hör mich nicht durch meine Kopfhörer. Ne, das tu ich auch nicht. Ich hör, äh, die Umgebungsgeräusche von mir selbst so gesehen. Okay. Ne, das, äh... Ja. Ne, also wie gesagt, das beim Einstellen hat mir das gerade gereicht, dass ich... da meinen eigenen Sound gehört habe. Oder meine eigene Stimme nochmal zusätzlich auf meinen Kopfhörern gehört habe. Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, wie Leute damit streamen können. Ich auch nicht. Aber anscheinend, die fangen dann an den... Äh, ich glaube, die haben das Headset bedeutend lauter. Und hören sich dann selbst nicht sprechen. Und brüllen sonst da richtig rein, bis sie sich selbst sprechen hören. Hm. Das war knapp. Wieso? Ach, ich hatte vielleicht nur noch relativ wenig, ähm... Sauerstöp? Mhm. Ah, schön. Die ersten Sternschnuppen fallen wieder auf unseren... sandigen Rotplaneten. Ja, das ist doch schön. Ich hab kein Eisen mehr. Das ist nicht so schön. Hm. Hier ist noch ein bisschen was. Was ich ein bisschen schade finde, das habe ich gestern noch ausprobiert. Mhm. Man kann ja auch nicht unter Wasser bauen, ohne dass... Also selbst wenn da keine Tür drin ist und theoretisch kein Wasser eindringen kann, tut es das trotzdem. Okay, das ist nervig. Weil ich hatte so wunderschön geplant, dann hinterher, wenn hier Wasser ist, äh... Unten wie so eine Kapsel zu haben, wo rund um Fenster sind, sodass man, äh, die... Äh, Korallen und alles beobachten kann. Mhm. Aber das geht leider nicht, weil dann automatisch die Kapsel voll mit Wasser läuft. Wow. Ja, das war ein bisschen doof. Fand ich auch relativ schade. Warum ist mein Gaming-Mode aus? Oh, wow. Hä? Mein Gaming-Mode ist nicht aus. Wieso hat meine Windows-Taste gerade funktioniert? Mein Computer ist genauso verwirrt wie ich. Ähm. Ähm? Nee, ist okay. Dann bauen wir nach hier noch eins an. Und wieso nicht einfach erstmal noch nach hinten? 3x3. 3x3 ist es. Sure about that? Ja. Wie kommt's? Weil man da schön in der Mitte dann einen Abgang machen kann. Falls du weißt, was ich meine. Du willst da einen Abort hinbauen? Oh, wow. Äh. Hahaha. Ach, Mann. Wie komm ich denn da jetzt wieder raus? Äh. Hm. Hm. Nee. Mann, du weißt, was ich meine. Du verarschst mich nur. Nee, aktuell weiß ich wirklich nicht, was du meinst. Das ist wirklich schade. Ähm. Wenn du ein 3x3-Feld hast, hast du eine Mitte. Und aus der Mitte kannst du einen Gang machen, einen neuen 3x3-Komplex. Weißt du jetzt, was ich meine? Ja. Wunderbar. Wunderbar. Die Idee hatte ich auch. Ja, das ist echt ein bisschen schade, dass das mit dem Unterwasser-Dings nicht geht. Oh ja. Da war ich... Muss ich ehrlich sagen, ein bisschen enttäuscht. Ich hab mir das voll schön vorgestellt, wenn du dann halt, äh, um dich rum die Korallenriffe siehst. Ähm. Aber, ja. Die Idee hat sich relativ schnell verflüchtet. Sauerstoff niedrig. Du kannst mich mal... Gern haben. Okay. Aber dieses Mikrofon ist nicht so nach Neu, ne? Ich hab die ganze Zeit diesen beißenden Neugeruch in der Nase. Okay. Ich muss auch noch die Sachen unterm Stream abändern. Da hatte ich jetzt nicht unbedingt noch Zeit für. Ach, als ob da einer drauf guckt. Also jetzt aktuell. Ja, nein, wahrscheinlich nicht. Pass auf, genau jetzt, genau deswegen guckt diese eine Person da drauf. Jo. Und schreibt auch übrigens, du hast es noch nicht abgeändert. Da steht das falsche Mikrofon drin und die falschen Kopfhörer. Merkst du einen Unterschied bei den Kopfhörern? Kommt Sound her überhaupt nicht tatsächlich. Aber ich bin vielleicht auch nicht die beste Ansprechpartnerin, was das angeht. Leicht schwerhörig? Ja, der Arzt sagt nein. Ich sag was anderes. Okay, das kann sein, das hat mein Vater zum Beispiel. Ähm, der hat eine Fokussierungsschwäche. Dass ich manche Worte anhören wie gematsche? Ne, ähm, wenn zu viel im Raum unterwegs ist, sag ich jetzt mal. Kann er sich auf eine Sache nicht mehr konzentrieren und hört alles gleichzeitig und dann fängt es an zu matschen. Oh, das finde ich gerade ein bisschen zu hart, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich hab's nicht, zum Glück. Aber er hat jetzt ein Hörgerät, ähm, womit sowas dann einfach rausgefiltert wird. Das heißt, das ist nur, ähm, das irgendwie filtert das. Ja, mein, mein Ohrenarzt hat gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Wow, ist er 70 Jahre alt und wohnt auf dem Land? Nein. Also, jein. Also, er wohnt auf dem Land, aber er ist nicht 70. 65 zählt auch in die Kategorie. Ne, so alt ist er, glaube ich, nicht. Ich glaube, der ist 50 oder so. Aber ja, ähm, ich war auch da wegen, äh, wegen dem Tinnitus, weil da gibt's ja theoretisch auch ein Hörgerät für, was so Weißrauschen erzeugt. Das kann man in TeamSpeak zum Beispiel auch einstellen, dass man ständig so ein leichtes Rauschen mit drauf hat. Ja. Ja, er wollte mich dann in Reha schicken. Ich soll doch mal Stress abbauen. So, Junge, ich hab keinen Stress. Ich habe literally keinen Stress. Daran wird es nicht liegen. Man weiß ja nie. Das wird einfach nur daran liegen, dass ich vielleicht mit der Lautstärke von Musik auf meinen Kopfhörern ganz lange ein bisschen zu übertrieben habe. Äh, ja. Oha, ich sterbe gleich. No. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich deswegen, äh, wahrscheinlich nicht deswegen, aber, ähm, wegen Tinnitus, äh, einen Ventilator bei mir am Bett hab, damit ich einschlafen kann. Ja, ich hab, äh, keinen da stehen, aber ich mein, dass beim Einschlafen geht es, weil ich einfach versuche, mich da nicht so drauf zu konzentrieren. Dann funktioniert es tatsächlich ganz gut. Wo es mich wirklich nervt ist, wenn, wenn es auf der Arbeit mal vorkommt, dass wirklich der Schrottplatz neben uns keine Geräusche macht. Mhm. Dann kann ich mich halt nicht konzentrieren, weil ich ständig dieses Geräusch auf den Ohren hab. Aber ich soll mich nicht so anstellen und mit ein bisschen Training geht das ja weg. Das Problem ist, ich war schon bei zwei Ohrenärzten und die eine, also in der einen Praxis war ich bei zwei verschiedenen und, äh, die, die eine meinte halt, also die, die Frau von dem, der das, dem das gehört, äh, meinte, dass das, dass ich auch teilweise halt Schwierigkeiten hab, Leute richtig zu verstehen. Nein, liegt daran, dass mein Trommelfell halt einfach vernarbt ist. Ja. So, das kam bei dem Typen bei ihrem Mann dann quasi aber schon wieder gar nicht mehr zur Sprache, da lag das dann nur daran, ich soll mich nicht anstellen. Und meine, äh, meine Höhergebnisse sind ja gut, also kann es ja nicht so schlimm sein. Wat ein Hurensohn. Hm. Oh oh. Time to say goodbye. Wurde dir langsam schwarz vor Augen, sag mal. Langsam? Hm. Oh, da hab ich grade fertig gebaut und du setzt da wieder so ein Bommel ran. Was? Ja, ich hab doch gesagt, dreimal drei. Okay. Danach bin ich fertig, wenn ich, wenn ich das letzte Ding gebaut hab, bin ich wirklich fertig, versprochen. Ja, wir sollten da auch nicht zu viel bauen, weil, ähm, darf ich spoilern? So ein bisschen? Nicht großartig. Ja. Äh, später kann man komplette Komplo- äh, 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 Gebäudekomplexe bauen, die dreimal drei groß sind. Die sind nur zweimal zwei groß, oder? Es gibt glaube ich auch eins, das ist dreimal drei groß. Hm. Und irgendwer, irgendwer hat hier einen ganzen Haufen Ressourcen hingejizzed. Ja, das war wahrscheinlich der Meteorit, der runtergefallen ist. Einer? Naja, einer von denen, die hier gefühlt im Zwei-Sekunden-Takt einschlagen. Äh, ja. Oh. Ah. Ich hatte kein Wasser mehr. Unwinstig. Ja, deswegen bin ich gestorben. Oh. Warnung, Sauerstoff niedrig. Ach, wir sind ja echt, ah ne, wir sind schon bei dreimal drei. Nice. Oh, man kann Steuerung gedrückt halten und dann voll, oh cool. Wir haben unseren ersten Bohrer. Au, aui. Wollte ich grad sagen, wow. Wow. Meine Güte, also so viel hat es im Singleplayer aber nicht geregnet. Oh, Alu. Hm? Ach so. Ja, da ist direkt, äh, mit nem Kometen, Asteroiden, was auch immer, ist Alu mit runtergefallen. W-w-w-w-w hast du an den Wetterereignissen irgendwas eingestellt? Nö. Cool. Ich hab mal schon mal so ein paar Sachen, äh, gebaut. Mhm. Was denn hier los? Wir haben die perfekte Stelle zum Bauen gefunden. So viel Alu hatte ich am Anfang noch nicht. Das lässt sich schnell ändern. Oh, ja. Wir brauchen so viel Aluminium. Oh, ja. Und wir haben direkt hier dran ne Höhle. Mhm. Sauerstoff niedrig. Ja, stell dich doch nicht so an, bitte. Ja, Sauerstoff ist niedrig. Willst du mir vielleicht noch sagen, dass mein Sauerstoff gerade niedrig war? Hm. Vielleicht eher die Energie. Was zur Hölle hast du gebaut? Im Bildschirm. Wann, wenn hier ständig was einschlägt? Wie kannst du es wagen? Was? Wie kannst du es wagen? Wieso? Das ist nicht gerade. Ach. Die kommen doch eh in 5 Sekunden wieder weg. Und sonst kannst du ja neu bauen. Hm. Wir müssen jetzt erstmal Effizienz reinkloppen. Männer. Ei. Oh. Kannst jetzt mal bitte aufhören, ständig, dass hier ständig Kometen einschlagen? Ich hätte schwören können, dass das im Singleplayer nicht so schlimm war. Also da habe ich wirklich nichts umgestellt. Ja, es kann sein, dass das einfach irgendwie am Multiplayer oder so liegt. Obwohl, du kannst die Multiplayer-Welt ja auch im Singleplayer spielen. Si, Senorita. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Das Gute ist, dass ich hier keine Angst haben muss, dass mich irgendwas anspringt. Hm. Das kommt noch. Nein. Doch. Nein, das kommt nicht. Doch. Nein. Äh, doch. Nein. Klar. Nein. 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 Das haben die explizit reingeschrieben, dass es keine Gegner geben wird. Ähm. Man sprach auch nie von Gegnern. Oh, bitte spring mich nicht an. Öh. Ne, nicht ich. Aber Viecher. Was hat denn hier, ist das ein Friedhof? Ja. Und du bist beim Wasserfall. Ja. Und du bist beim Wasserfall. eins, ne? Ah, Sauerstoff-Tankstufe 2. Ja, aber du kannst die... Oh, ich komm dich gleich mal besuchen. Ehm. Moment doch. Silizium. Wasser. Nee. Titanium. Auch nicht. Hä? Ich hab grad einen Sauerstoff-Tankstufe 2 da rausgenommen. Ach so, weil von allen drei Sachen drin sind. Ja. Oh. So. Ich komm dich besuchen. Machens das? Nicht wundern, ich hab meinen alten Sauerstoff-Tank da reingeschmissen. Was? Also nimm bitte den richtigen da raus. Hast du die, äh, Boots mitgenommen? Die was? Die, äh, hier dieses, äh, Beweglichkeitsstiefel? Ja. Jo, hab ich. Äh, ich sterbe grade. Tja. Ich würd's nicht Stern nennen, ich würd's Fast Travel nennen. Mhm. Du bist mal eben fix fast nach Hause getravelt. Natürlich. Oh, ich glaub ich muss, äh, die Fensteraufnahme ein bisschen runter regeln. Die ist doch ein bisschen sehr laut. Oh mein Gott. Ah. Oh mein Gott. So. Oh, diese Geschwindigkeit am Anfang, ne? Alter Schwede. Mhm. Welche Geschwindigkeit? Mhm. Gut. Diese, äh, ist fast, äh, ne, fuck as possible. Ah, fuck as fast. Ah, fuck as fast. Ah, fuck as fast. Ach ja, und eine Bitte hab ich an dich. Ja. Wenn du Truhen geplündert hast, ne? Ja. Ähm, bau die mal ab. Also wenn die, äh, leer sind. Leer sind. Ja. Hallo Team Endercraft. Hallo. Schönen guten Abend. Guten Abend. Oh mein Gott. Hm? Ich spreche jetzt aus der Zukunft über diesen Stream. Was eine lustige, entspannte Zeit werden sollte, entwickelte sich zu einem Albtraum. Eine fünfwöchige Weltraumkreuzfahrt durch die wenigen bekannten Teile des Universums. Bis jetzt alles richtig. Und glücklicherweise waren unsere blöden Crew, war unsere blöden Crew nicht in der Lage auf einem scheinbar geringfügigen Vorfall zu reagieren und jetzt sind wir dabei die wenigen Leichen zu bergen begraben, die wir aus den brennenden Wrack bergen konnten. Uns stehen nun vermutlich ein ähnliches Schicksal bevor. Wir fahren nach Westen und werden sehen, wie lange wir überleben können. Meine Schätzung höchstens ein paar Tage. Immerhin gibt es vorerst Überlebende der Sinnetat 2. Oh, initiiere Fast Travel. Dass er auch so cool ins Leben reinspringt. Hier hinten ist übrigens eine Mülltruhe. Magnesium. Ah, ich habe hier drüben übrigens schon Kobalt hingebracht. Mhm. Habe ich gesehen. Na, schon am Schwitzen bei dem Wetter. Ich glaube, ich habe die letzten drei Tage nicht mit Schwitzen aufgehört. Ich habe angenehme 23 Grad hier drin. Das will wirklich keiner von dir wissen, ehrlich. Ich finde, das sind wichtige Informationen. Mhm, die keiner von uns wissen möchte. Das weißt du nicht. Vielleicht kommt Ender jetzt und erzählt uns, dass er eine Klimaanlage hat. Hm. Wie ist eigentlich der Auto-Sorting-Knopf? Die vier Dinger. Aber es gibt keine Taste. Nein. Okay. Ja, Dachwohnungen sind Sauna for free. Yep. Da bleibt nichts zu sagen, außer mein herzliches Beileid dazu. Ich würde jetzt gerne sagen, ich kenne den Struggle, aber... Nöp. Nöp. Mhm. Mhm. Es hört ja gar nicht mehr auf, Asteroiden zu regnen. Ahem. Ich glaube, die triggerst einfach nur du. Das stimmt gar nicht. Bei mir passiert nichts, außer dass hier andauernd irgendwo Ressourcen vom Himmel fallen. Ich habe den Sound, den Game-Sound schon leiser. Vielleicht sollte ich das im Spiel machen und nicht in Ops. Ja. Effekt-Lautstärke. Okay. Ich stelle das mal auf... Ich stelle das mal auf 50%. Oh, ich habe sie auf 32. Oh, ich weiß, wo wir sind. Okay, cool. Irgendeine blöde Grafikoption ist hier an, die andauernd meinen Stream zerbombt. Ist natürlich nicht so gut. So, geht doch. Hier hinten ist auch relativ viel Alu, das ist auch gut. Äh, ja, das ist die Aluminiumregion, falls du... Ja. Ah, und die komische Kristallregion. Mhm. Ich bring jetzt mal kein Alu mit, weil ich glaube, für den Anfang brauchen wir vielleicht eher noch Eisen. Alu kommt ja erst ein bisschen später. Ja. Und Iridium wäre ganz cool, wenn ich davon noch was finden würde. Hm, ja. So. Und das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, das sind ja Bäume. Ich dachte, hier gibt es keine Bäume. Nee, das sind Pilze. Sieht aus wie ein Baum. Bewässerung kritisch, Sauerstoff kritisch. Okay, gut. Verdammt. Wir werden uns das hier jetzt noch ein bisschen angucken und dann... Oha! Oh, wie toll! Und schon vorbei. Ich wollte natürlich auch nur das Eisen eben zu Hause abliefern. Selbstverständlich. Und hier vorne... Jetzt sterbe ich schon wieder. Weil du nichts zu trinken hast, ne? Mhm. Ich hab... Oh, Rucksack. Ich hab ein bisschen, ähm... Eis dabei. Eisen, Silizium, Titan. Eisen... Silizium... Titan. In die Nahrungskiste habe ich mal drei Wasser reingeschmissen. Mhm, danke. Bitte. So, was brauchten wir für den Rucksack? Noch ein Silizium. Okay. Aber... So schön... Dieses kleine Biom da unten jetzt gerade eben auch war... Ich würde eigentlich... Lieber Iridium finden. Mhm. Du hast die Trunen übrigens falsch gebaut. Oder ich? Die sind ein zu dicht dran. Ja, ich weiß. Ein Mausstruck. Ich hab die nur an deine Truhen angepasst. Also musst du schuld sein. Hätte ich jetzt auch gesagt. Na gut, dass wir uns da einig sind. Ja. Ender, viel Spaß im Lurk. Ah, ich glaube, viel Spaß im Lurk. Lurklurch. Äh, ich bringe gleich was von einer Reise mit und dann erzählst du mir, wie gut du Planet Crafter kennst. Was? Links, 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 links. Links? Bei dir links. Oh, goldene Truhe. Ja. Hauptsache du weißt es noch auswendig. Ne, ich hab's grad im Augenwinkel bei dir gesehen. Oh. Nimm die Statue mit, die ist wichtig. Hab ich. Super. Warum ist die wichtig? Äh, oh fuck. Initiere. Das ist nicht schief. Oh ne, doch noch nicht. Äh, weil's Deko ist. Oh wow, ich dachte ernsthaft. Gerade die hätte irgend... Nein. Oh, das Ding ist das. Ja, das ist riesig. Wohnmodul, Modul. Modul, Modul. Ich brauch Eisen und Titan. Äh, kanntest du die goldenen Statuen schon? Mhm. Oh. Ich dachte, die wären was unglaublich Neues für dich. Nein. Schade. Das war nicht so meine Art von Spiel, bin aber trotzdem da. Danke schön, das freut mich. Das freut mich. So, jetzt... Ähm, ich würde ganz gerne relativ zu Anfang schon einen Heizungsraum bauen. Äh, Heizungsraum? Ja, wo wir Heizungen reinstellen für das erste, den kann man hinterher wieder weg machen. Ja. Beziehungsweise dann anders nutzen, aber... Ich tausche mal eben die Pflanzen hier hinten aus. Lass mich... Oh, ich kann nicht tauschen. Ich habe zwei, die definitiv besser sind. Nicht nur... Nicht nur... Nicht nur du. So. ... Nein. Doch, das passt. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Darf ich so frech sein und nach einer Follow-Spende von dir fragen? Aber selbstverständlich. Eine Follow-Spende? Ja. Follow für Follow, oder was? Na... So, Eisensilizium brauche ich noch. Jiii! Ja. Das ist gar kein Problem. Ein Eisen. Oh Gott, sind die süß klein. Mhm. Also die letzte Version davon kennst du noch gar nicht, ne? Doch. Ich habe sie mir schon mal angeguckt, um Creative. Ah, okay. Die sind süß, ne? Mhm. Aber gut, die stehen dann ja auch zum Glück nicht mehr drin. Oh ja. Sollte langsam echt mal anfangen, meinen Döner zu essen, ne? Ich hoffe, das knistert jetzt nicht allzu doll. Ich weiß nicht, wie empfieh ich das neu. War das jetzt grad ernst gemeint? Nein. Glück, Mann. Das kannst du doch nicht machen. Mhm. Bila, das ist mein Döner, den kriegst du nicht. Auf wenigstens ist es dieses Mal wieder anständiges Brot und nicht so einen Fladen gedöhnt. Hä? Was heißt denn anständiges Brot? Ähm, der hat teilweise von so einem Fladenbrot wie so ein Dreieck einfach abgestillt. Na, so ein Fladenbrot, geviertelt. Du hast zu viel gebaut. Äh, ja. Das ist Standard-Döner. Hm. Es gibt extra Dönerbrot. Ne, das sind Pitas, was du da hast. Hä? Das ist ein Standard-Dönerbrot. Eine Döner-Tasche. Ja, das ist eine Pita. Hm. Ich hoste dich neu. Oh, dankeschön. Hm. Ich dachte, hosten gibt's nicht mehr. Oh, danke schön. Ich glaube, man kann aber trotzdem noch Kanäle als empfohlen oder so. Ah, okay. Unterlegen. Doch, nur anders. Ich bin verwirrt. Ich bin auch verwirrt. Ich mein, Raiden kenn ich ja. Ja, genau. Ah. Ja, überempfohlen. Ja. Ah, okay. Ja. Ich seh es schon kommen. Ich schmiere mein neues Mikrofon gleich mit der Dönersauce. Ist das so Cocktail-Sauce oder, ähm, okay. Also die rote, die man dann auch schön sehen kann. Vor allem unpraktisch mit den Löchern, die halt im Gehäuse von den Mikrofonen drin sind. Da schmiert sich das so schön rein, das kriegst du nie wieder raus. Hm, lecker. Ja. Das freut einen doch. Mhm. Ich glaub, bei mir werden keine Effekte mehr geladen. Meinst du dieses komische Bildschirm wackeln die ganze Zeit? Ja. Bei mir passiert einfach nichts. Dafür hab ich es durchgehend. Geht ja mal gar nicht. Es hagelt die ganze Zeit, seitdem wir mit dieser Welt angefangen haben, hagelt es bei mir. Okay. Sollen wir die Welt nochmal neu starten? Mhm. Are you sure about that? Hi. Ja, hallo. Es gibt Ressourcen. Ich meinte eigentlich den Spielstand. Einfach laden. Ja. Es gibt ja Ressourcen und wenn es aufhört, gibt es keine neuen Ressourcen. Okay. Ich denke, darüber kann ich ihn wegsehen. Okay. Bei mir ist es so warm, ne? Vor allem jetzt gerade beim Essen fängt der Körper richtig an zu arbeiten. Tja. Dann musst du da was gegen unternehmen. Ich werd mich nicht ausziehen. Was zur Hölle? Wieso nicht einfach einen Ventilator aufstellen? Ich hab meinen kleinen Ventilator nicht gefunden. Ich hab mir extra einen geholt, der nicht so laut ist, den ich unter den Tisch stellen kann, aber ich find den nicht mehr. Hm. Vielleicht weil ich dumm bin, ich hab ihn gerade wieder gefunden. Der steht direkt auf deinem Schreibtisch? Mhm. Wow. Ja, da ist mir vor Schreck auch fast sehr dünner auseinander gefallen. Oh man. Ich hab den letztens, ich glaub drei Stunden lang gesucht. Hahaha. Alter Schwede. Da steht einfach die ganze fucking Zeit an meinem Schreibtisch. Tja. Was will man dazu noch sagen? Am besten nix. Hm. Warum tust du sowas? Ich muss meinen Schreibtisch auch noch aufräumen. Hier liegt zu viel Zeug. Ich muss jetzt gucken, wo ich meinen Wolf hinsetze, weil der passt jetzt nicht mehr so gut aufs Mikrofon. Obwohl. Ach so, passt es noch. Hahaha. Aber dann seh ich so wenig von meinem Bildschirm. Hahaha. Und ich muss irgendwo meine Kulleraugen wieder draufkleben, sodass man die sieht. Aber hier hab ich halt nicht so viel Fläche, wo ich die hinmachen kann. Vielleicht musst du ein bisschen reinzoomen, dann kann man die auch auf dem Mikrofon sehen. Aber ich hab keinen Platz, wo ich die aufs Mikrofon draufkleben könnte. Ja. Weil hier ist nicht so viel Platz, als dass hier die Kulleraugen hinpassen würden. Hm. Okay. Glaub ich. Sekunde. Ja. Schaudale. Dann laufen wir wieder zurück. Ja, ich glaub, das sieht man auch gar nicht richtig. Obwohl, grade so, ist es halt ultra lustig mit dem XLR-Kabel. Ja. Und dann hat er eine Nase. Oder ein Pipi. Was? Was? Zwischen den Augen? Hm. Hm. Ich hab dich gut erzogen. Hm. Was? Ich hab geinfluenced. Wieso denn das? Jetzt fängst du auch schon an solche Dinge zu denken. Hä? Hm? Wieso auch schon? Ich weiß nicht. Das hat nie aufgehört. Das hat nie aufgehört. Okay, das ist schon irgendwie lustig. Hahaha. Das sieht halt schon echt lustig aus. Ja. Aber du hast schon wieder keine Unterkonstruktionen gebaut. Natürlich nicht. Ich baue nie Unterkonstruktionen. Doch. Bei mir schwebt alles immer in der Luft. Doch. Das ist doch voll hässlich. Ja, dann baue doch Unterkonstruktionen. Das hast ja toll gemacht. Ja. Ganz klasse. Was kommt davon, wenn du keine Unterkonstruktionen baust? Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Klar. Nee, überhaupt nicht. Nee. Nee. So. Ups. Es sieht halt echt lustig aus. Eier ich ein bisschen. Rucksackstufe 3. Zwei Alu, ein Titan, ein Silizium. Und warum baust du denn keine Unterkonstruktionen? Warum nicht? Ja. Weil ich das Ressourcenverschwendung finde. Ich habe nicht mehr und nicht weniger davon. Das sieht aber besser aus. Die Bellapop-Aussehen ist nicht alles. Doch. Nein. Doch. Nein. Das sieht aus, als ob da ein Penis dran steckt. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Und Nala gibt mir recht. Also, als ich die Heizung dahin platziert habe, hat noch alles funktioniert. Kaum platziert er dann noch was hin und dann funktioniert es nicht mehr. Also kann das ja wohl nicht meine Schuld sein. Mhm. Ist klar. Nö. Ja. Oh. Ich gebe mal ein bisschen Kram für Unsinn aus. Ich habe nämlich zwei Chips gefunden. Oh, ich mag Chips. Du kriegst keine. Blöd, Mann. Oh, es hat mal aufgehört. Nein, hat es nicht. Es geht weiter. Was ist denn das da nur? Ich weiß nicht. Es regnet halt durchgängig Asteroiden. Jetzt finde ich die Filzhöhle nicht mehr. Freut mich die doch nochmal an. Egal, dann laufe ich einfach so rum und hoffe, dass ich irgendwas finde. Für die Heizungsstufe 2 brauchen wir schon die Iridium-Brennstäbe, oder? Ich glaube nicht. Oder einfach nur zwei Iridium, das kann auch sein. Ich glaube zwei Iridium. Also spiel ich wird auch. Guck mal da. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, Sauerstofftanks mitzunehmen oder einfach mit dem Erkunden noch zu warten, bis wir, äh... bisschen bessere Ausrüstung haben. Du kannst auch einfach ein Gebäude bauen, mit einer Tür drin, ne? Und das dann abreißen und die Ressourcen immer die ganze Zeit mitnehmen und dann, egal wo du bist, äh... baust du dann eben ein Haus. Das, ähm... macht erschreckend viel Sinn, das so zu machen, ja. Ja, ne? Aus dem Weg. Ich lass mir hier gar nichts sagen. Hm, woher hast du denn bitte schon... Achso, du hast auch ne, äh, goldene Truhe gelooket. Jo. Du bist auch so ein kleiner Loot-Goblin. Bin ich immer nur ich? Oh. Hör auf mit dem Scheiß, Dacke. Warum freust du dich? Ja, du siehst es gar nicht. Ach doch. Ich mach Gymnastik. Ach so nennt man das heutzutage, ja? Ja, ich find das gut. Oh, wir haben ne ganze Truhe voll mit... Gott. Eis und Silizium. Eis und Silizium. Ich brauch nur vier Eis und zwei Silizium. Äh, dann sammel welches. My, 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 my way. My, my, my way. Gut, vielleicht liegt das hier mit den häufigen Einschlägen von den Asteroiden auch einfach an der Spawn-Region. Meinst du? Mhm. Hast du gegoogelt? Nein. Ach so. Deswegen hab ich gesagt, glaube ich das. Ah. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn du mir nicht richtig zuhörst. Ja, ne? Wenn ich du wär, werde ich mir halt auch nicht zuhören. Also von daher ist das schon okay. Okay. Ja. Ähm. Ups. Du hast dir den Strom schon wieder ausgeschaltet. Ja. Natürlich nicht. Mit Absicht. Natürlich nicht. Das passiert halt zwischendurch einfach mal. Hobalt und Silizium. Doch, aus Versehen mit Absicht. Hehehe. Doch, aus Versehen mit Absicht. Ich hab genau auf das Geräusch gewartet. Ich hab doch das Eisen gerade wiederbekommen. Oh oh. Ja. Was denn? Dein OO gefällt mir nicht. Ja, ich brauch das auch Stoff. Ach so. Hast du jetzt hier eins weggemacht? Ne, ich hab eins dazu gepackt. So bald. So bald. Hehehehe. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Brauchst du noch Eis? Ähm. Prinzipiell wäre das wahrscheinlich für die Trinkwasserbeschaffung gar keine so verkehrte Idee. Uh. Okidoki. Oh, ein Kompass. Mhm. Hast du die Bohrer schon gegen Stufe 2 Bohrer ausgetauscht? Ich sag mal, warum wir die ganze Zeit Stromprobleme bekommen haben. Mhm. Mhm. Und man sollte das eigentlich immer direkt austauschen. Weil allein ein Bohrer, ich glaub drei Bohrer ersetzt. Ja. Okay, wir haben gerade eine Sauerstoffproduktion von 18, eine Wärmeproduktion von 14 und eine Luftdruckproduktion von 7,5. Okay. Ich glaub früher waren es mal 4. Was? 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 Also das hat Lada geschrieben, ich weiß grad nicht. Mal. Da waren es mal 4. Oh. Eisen, Silizium, Kobalt. Kobalt. Eisen. Silizium. Aber ich glaube das war ein Eisen zu wenig, richtig? Ne, ein Silizium zu wenig. Ich glaub ich kann danach erstmal wieder Ressourcen sammeln gehen. Ich hab nämlich jetzt mittlerweile dann alles verbaut, was wir hatten. Was denn? An Ressourcen. An Ressourcen. Are you sure about that? Vieles ja. Okay. Hey, wir sind schon bei 6,5 Prozent von der nächsten Stufe. Nice. Vielleicht hätte ich was essen und trinken sollen. Naja, egal. Für die 2 Sekunden Ressourcen sammeln wird's wohl reichen. Ach. 4 Bohrer. Ja, ich glaub es sind auch nach wie vor 4 Bohrer. Oder sogar 5. I'm not sure about that. Minida. Vielleicht hätte ich den Sauerstofftank bauen sollen. Ähm. Das Spiel sagt mir, ich darf nichts mehr aufheben, obwohl ich noch einen Platz im Inventar frei habe. Hm. Oh, ich glaub die Ressourcen waren einfach nicht mehr da. Hallo? Hey, was ist das denn? Ähm. Okay, cool. Ich glaub das Spiel ist verwirrt. Also noch verwirrter als ich meine ich. Aber du hast bei dir auch schon noch das ähm. Du die Einschläge von den Asteroiden siehst, oder? Nö. Ich glaub deswegen wär ich jetzt mal hart am überlegen, ob wir wirklich einmal den Speicherstand neu laden. Mhm. Räumen noch eben alles ein und dann können wir das gerne tun. Ich Siehm. Skyon. Und ich werde, du echt als mir morges Man kann dir sehen. Bei mir ist das extrem groß. Und wer nicht alles ein 그대로? Neee, ich kann Du ein Guad-Rいき und WСТ. Räumen noch nicht immer mehr. M DNA Male Translate im Betываем. Nö. Ma wird das so viel mehr raus? Ja, ich geh mal zurück zum Hauptmenü, ja. Oh. Jo. Ich hab irgendeinen Pfeifen auf den Ohren. So wie so eine alte Teekanne. Aber ich weiß nicht, ob das an den Kopfhörern liegt. Ja. Kann sein. Hast du dein Handy irgendwo auf dem Tisch liegen? Ja. Leg das mal auf anderen Seite. Genau. Okay, das ist so. So. Okay. 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 Ich, äh, probier mal eben was aus. Okay. Okay. Ja, Farbe rein und raus, hat's gelöst. Mhm. Wir haben Glas erhalten. Oh, ne Kommunikationsantenne. Jetzt hat's tatsächlich aufgehört zu, äh, regnen. Ja, sauber. Also lag's tatsächlich da dran. Ja. Aber ist schön, mal zwei Sekunden Ruhe auf den Ohren zu haben und nicht ständig, dass irgendwas vom Himmel fällt. Zumal ich die Ressourcen teilweise halt auch nicht aufsammeln konnte. Tja. Aber das kann ich mir halt bei dem Spiel recht gut vorstellen, dass du wirklich solche Probleme dann hast. Mhm. Haben wir schon einen Nahrungszüchter wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Halla. Also, was zu mampfen bräuchte ich schon. Ich hab da eine Nahrungskiste hingestellt. Da ist nix drin. Ach so, doch. Ach, shoot. Falsche Kiste. Ähm. So, der Rest ist gleich wie bei den Kleinen, ne? Was ist noch dazu gekommen? Aluminium. Magnesium. Oder, äh, ah, ja. Ist recht. Da, dein Nahrungszüchter. Hm. 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 Wie, wie, wie. Wie, wie? super mehr energie braucht der planet also du wirst feststellen wenn ich spiele platziere ich überall in gewissen abständen einfache räume in denen du sauerstoff auffüllen kannst und später werde ich dann loslaufen mit dem teleporter in der hand und dann immer die truhen leer räumen nach hause teleportieren die sachen entladen wieder zurück teleportieren und dann weiterlaufen zum nächsten raum sachen holen ja weil dann brauchst du nicht durch die halbe welt geschichte reisen nur um deine sachen abzuladen sondern kannst einfach den raum nutzen ja macht schon sinn ob ich das jetzt alles weg machen kann so jetzt habe ich noch zwei kleine da stehen heißt ich brauche zwei magnesium und zwei alu noch und die beiden hier auch noch weg so was sagt jetzt unsere energieversorgung sollte jetzt eigentlich relativ stabil sein da ich jetzt zurückgekommen bin nein vielleicht hätte ich also noch haben wir überschuss noch gleich nicht mehr ja wir brauchen alu ich gehe mal alu sammeln ach so machen wir noch hier mal noch einen sauerstoff tank mit ich meine dass das ist das gute dass wir hier jetzt bei dem alufeld ziemlich nah dran sind hast du dir schon einen neuen rucksack gebaut den stufe dreier ne ja 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 sauber aber noch keinen stufe dreier sauerstoff tank ich weiß gar nicht ob wir den schon freigeschaltet haben das weiß ich auch nicht hallo 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 ist fantastisch exoskletter stufe drei sauerstoffen haben ne du hast eins achso ne doch ja du hast erst eins es gab nur eins da drinnen das tut mir überhaupt nicht leid ich habe erst überlegt ob ich lügen soll aber das wäre dann halt auch nicht fair gewesen deswegen habe ich gedacht sage ich einfach direkt die antwort die die wahrheit gute namen zuschauer hallo zuschauer wie sie hat noch nicht die tür abgebaut als du drin warst in einem 1x1 buchse was ok da in einer 1x1 buchse ah ok nee weil er kann die tür ja einfach wieder hinsetzen das ist dann langweilig außer ich habe keine ressourcen dabei mhm 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 Das würde ich niemals tun. Ach, das wird ziemlich schnell, ziemlich langweilig, würde ich sagen. Einfach so stundenlang eine Tür anstarren und immer sterben und da drinnen dann wiederbelebt zu werden. Geht nicht zu deinen Hobbys, sagst du? Nee, so eher weniger, würde ich sagen. So, jetzt gehe ich noch ein bisschen erkunden, bis mein Sauerstoff leer ist und dann sehen wir uns gleich in der Basis wieder. Wow. Das ist auch irgendwie ein bisschen traurig. Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Das ist der andere Ausgang. Wie der andere Ausgang? Oh, nee, doch nicht. Ich dachte von einer Pilzhöhle. Ach, hier ist, äh, Iridium und Schwefel. Uh, nice, dann bist du da. Kennst du die Map irgendwie schon auswendig? Ja, ich sag doch, ich habe 120 Stunden gespielt. Ja, aber die haben doch gesagt, die haben die Map um... Ja. Ich weiß nicht, wie viel Prozent erweitert. Ja, ja, die Prozente kenne ich nicht. Dafür habe ich hier noch Ausmähung gefunden. Sauber. Ja, und halt eine riesige Eiswand, die noch lange nicht wegschmelzt. Fünf Mikrokelven. Ja, das dauert noch ein bisschen. Hm, ein kleines bisschen. Einmal den postenlosen Teleport zurück, bitte. Ich habe ein bisschen was an Alu mitgebracht. Das ist gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er von gleich da ist. Das können gut sein. Oh, und einmal Zellulite gefunden habe ich auch. Zellulite? Ja, oh, Zeolit. Ups. Ein bisschen was Alu, zwei Stück. Ja. Wer findet nicht immer Zellulite? Also, ich muss zugeben, ich nicht so oft. Ich? Weiß ich nicht. Dazu kannst du jetzt nur selbst was sagen. Vielleicht enthalte ich mich wohlwissend. Oh, als nächstes kommt der Vorratsschrank, das ist so geil. Mhm. Du hast die Kisten jetzt so nah aneinander platziert, da kann man wieder nicht durchlaufen. Zuschauer, das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Ja, wir kriegen ja gleich die Wandschränke. Nein, ich sitze nicht im Bikini vor der Cam. Was? Warum? Ja, ich sag doch, das muss man jetzt einfach nicht verstehen. Warum sollte ich das bitte tun? Also, ja, es ist saumäßig warm hier drin, aber nein, warum? Ach, der Versprecher Zellulite. Zellulite. Ja, ich dachte wirklich, es heißt Zellulite. Oh, Mann. Mhm. Aber ich hätte gerne Taschenlampe. Oh, yeah. Und zwei Alpen. Und zwei Alpen. Aber bei dir hat's jetzt gerade auch gehagelt, oder? Ja. Okay. So, ich versuch mal in die Höhle zu kommen, nochmal. Achso, vielleicht sollte ich Sauerstoffdienst mitnehmen. Wo das Iridium war, dann nehm ich da auch noch ein bisschen was von mit. Mhm. Oh, Pora Stufe 3. Toben sie sich aus. Gleich. Oh, ich muss sagen, die Kopfhörer, die sitzen weicher. Auf den Ohren, als die anderen, die anderen haben sehr gedrückt, da hatte ich schon mal schneller Kopfschmerzen von bekommen. Oh, du kriegst Kopfschmerzen vom Kopf. Okay. Ja, hauptsächlich wegen der Brille, weil die halt auf die Brille draufdrücken. Ja, okay. Ja. Tschüss. Ich hab Licht. Ich hab Licht. Nice. Ich hab Licht. Die Dinger hier sind teilweise auch nicht richtig abgebildet, weil da wo die platziert sind, bin ich teilweise, wenn ich da drüber laufe, schwebe ich über den. Ja, das ist aber normal. Ja, das ist aber normal. Das Gute ist, dass das Iridium so hell leuchtet, dann kann man es wenigstens schnell finden. Ja. Ach, du meinst Zeolith. Okay. Was? Egal. Ja, Zeolith halt. Ja. Deswegen dachte ich Zeolithe. Gut, das ist vielleicht dann doch ein bisschen was anderes. Ja. So. Du musst kryptische Namen verwenden, sonst macht es doch keinen Spaß. Für Titanium eher Mondgestein, wegen dem Mondtitan. Als Beispiel. Nein, nein, das machen wir bitte nicht, dann finden wir es nie wieder und fluchen nur. Oder einfach Europenium. Europium? So? Wegen Europa, dem Mond oder so? Ja. Hm. Hm. Wir haben keinen Alu mehr. Ist schlecht. Ja. Ist schlecht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein wenig durchgedreht bin, aber... Ich habe nichts anderes erwartet. Ein Alu bringe ich mit. Ich will jetzt nicht für einen Inventarplatz nochmal einen Sauerstofftank verschwenden. Das wäre sehr unnötig. Äh, ja. Kann ich nachvollziehen. Ah, dann müsstest du noch einen weiteren Schrank bauen, einfach für Schwefel zum Beispiel. und Osmium. Ja, würde ich gerne. Hehe. Aber vielleicht hat da ein gewisser jemand all unsere, ähm... Vorräte? All unsere Eisen verbraten. Hm. Ah, ich weiß auf jeden Fall was du meinst. Naja, zumindest schonmal 3 Stufe 2, äh, Stufe 3 Bohrer. 3x3. Mhm. Mhm. Ich fühle mich hier irgendwie so ein bisschen schwarz-weiß. Komisch. Es ist irgendwie alles so schwarz-weiß, bis auf die Farbe, ne? Ja, genau. Haben wir doch letzte Woche gelernt. Ja. Fühlt sich auch nur so an, als ob es gestern gewesen wäre. Ja. Mhm. Das nenne ich Arbeitsteilung. Du sammelst Alu, ich sammel Eisen. Wenn ich Alu sammle, sammelst du Eisen. Ja, find ich auch sehr gut. Ah, ich sollte mir definitiv noch meine Taschen abbauen. Mh. Abbitten finster hier. Mh. Wer hier auf rum zu blinken, du blöder Stein. Pulsalkristall. Wieso findest du den Blinky Bill nicht so hübsch? Äh, ne. Der ist ein bisschen groß auf 32 Zoll. Oh, ja okay, gut. Ich hab 24 Zoll. So. Du bist ja auch nicht mehr in Planetcrafter, sondern in einem Edgar-Wallace-Film. Mh. Das trifft es sogar sehr gut. Nice. Wir können äh, draußen pflanzen, 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 pflanzen. Pflanzen, 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 pflanzen. Meine Güte, was ist denn heute los? Platzieren. Hm. Ich hab ne Truhe gefunden, die du abgebaut hast. Möchtest du irgendwas sagen? Okay. Dann kommt jetzt Test Nummer 2. Hier ist eine weitere Truhe. Ah, an der warst du noch nicht dran. Okay, gut. Doch. Da war ich schon, aber ich hatte keinen Inventarplatz mehr. Achso. Ja, aber du hast sie nicht leer geplündert. Hm. Das mein ich. Silizium. Silizium. So. Alles voll. Es wird Zeit, dass wir das Jetbag bekommen. Ja, wir haben grad erst angefangen. Ja, naja. Trotzdem. Ja. не척. Hum. Ma jetzt kommt Corona. Schmack. Worlds Also Zuschauer, wie lustig wäre das, wenn das ganze Spiel jetzt so erklärt wird wie in einer Die Drei-Frage-Zeichen-Folge. Immer aus dem Off. Das wäre lustig, das wäre anstrengend. Ich glaube, ich würde es lustig finden. Oh oh, doch nicht stuck. Sag doch nicht oh oh, ich denke, dann passiert immer was Schlimmes. Ja, für ein paar Minuten glaube ich, ist das wirklich sehr lustig. Und dann immer nur noch so, wenn irgendwas Blödes passiert und dann einfach die Beschreibung dazu. Ich bin mal ganz kurz Afga. Was? Okay. So. So. Oh Gott. Was können wir denn? Das können wir zur Seite legen. Nehmen wir das, das, das mit. Ein Kobold weg. So, das sollte ja passen. Oh ja. Ja, deswegen sammle ich die auch jetzt schon ein, dass wir einfach Safety haben, beziehungsweise direkt starten können mit den Pulsar Quartz. Ah, hier war der Eingang. So, dann räumen wir das hier wieder ein. Okay. 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 Inventar ist voll, da passt nichts mehr rein, vergis es. Okay. Im Gegensatz zu dem Mikrofon sieht man jetzt, dass die Kopfhörer nicht weiß sind sondern so grau. Mhm. Aber das Grau gefällt mir besser als komplett schwarze Kopfhörer. Also, ich könnte meine Kopfhörer beleuchten, aber irgendwie ist das kacke umgesetzt worden, deswegen brummen die dann. Oh, das ist doof. Ja. Du kannst übrigens einmal Steuerung gedrückt halten und auf ein Gegenstand und dann plappt der alle aus deinem Inventar da rein. Danke. Bitte. Oh, Gott. War klar, dass du die Legierung klaust. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Nö. Find ich schon eine freche Unterstellung jetzt. Hm. Hätte ich auch gesagt. Die auch so überhaupt nicht wahr ist. Ich hab's mir nämlich nur geliehen. Ja, du musst weiter nach rechts laufen. Ach so. Okay, ich dachte, du wolltest auch nochmal eine Fuhre holen. Ja, ich, äh, ich hol gleich noch eine. Ich wollte nur eben die fortgeschrittene Werkbank bauen. Oh ja, das ist gut. Da ist auch nur noch ein bisschen was drin, also nicht viel. Jo. So, jetzt fehlt nur noch ein weißer Mikrofonarm und dann bin ich zufrieden. Aber find mal einen weißen, stabilen Mikrofonarm. Du könntest eigentlich deinen jetzigen nehmen, wenn du mit dem zufrieden bist. Und ihn weiß ansprühen. Ja, genau. Ja, ich habe Angst, dass der bald auseinanderfällt. Also noch hält der und auch, obwohl das Mikrofon schwerer ist als mein altes, hält es trotzdem ganz gut. Hm. Und das war so ein billig Ding für 10 Euro. Okay. Hatte ich auch mal den, der hat immer gequietscht, deswegen habe ich den irgendwann weggehauen. Nee, das, das geht bei dem tatsächlich. Okay. Und der nächste Sandsturm. Nice. Ich bin gespannt, wie das dann hinterher abläuft, wenn man wieder zu den Weltraumkapseln zurück kann. Oh ja. Ja. Oh, wir brauchen bald, äh, mehr Energiequellen. Okay. Weil, äh, wir haben noch 2 Kilowatt frei, das ist nicht so viel. Eisen, Magnesium, Silizium. Mhm. Magnesium. Eisen. Silizium. Äh, du hattest was mit Energiequellen gesagt. Mhm. Irgendwie ist das gerade ziemlich dunkel hier drin, ne? Findest du? Ja, ich glaube, das ist dieser blaue Himmel, von dem du sprachst. Der macht's eigentlich hell und nicht dunkel. Ach so. Das hast du, da hast du was falsch verstanden. Hm. Nice. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es keine 5 Minuten dauert, bis wieder der Strom weg ist. Was? Ach ja, ich weiß auch nicht. Ich hab' gar nichts gemacht. Wäre mir auch noch kackend reist ins Gesicht. Mhm. Ist schon frech. Ach. Iwo. Oh, wow. Hm? Ah, ich kann schon wieder nicht abbauen. Ach, jetzt geht's wieder. Äh, dafür bra... Ah, okay. Was? Vielleicht auch erstmal Solarpanels. Hm, ich weiß nicht. Hm. Ja, mir geht's mehr um die Superlegierung. Äh, Super... ...Dingens. Ja, die können wir ja eben fix herstellen. You sure about that? Ja, so halb. Ich geh mal Ressourcen formen. Hm, jo. Oh. Ein Titanium ist wenig. Eben wusste ich nicht, wohin mit dem Titanium und jetzt haben wir zu wenig. Äh, ne, im Inventar. Ach so. Willkommen zurück, Lala. Wie? Wir haben wieder Ström. Nice. Was für Kometen sind denn das? Oh, Grasverteiler. Schauber. Dauber. Ach, das sind nur Kackkometen. Welche ohne Ressourcen, meinst du? Ey, doch, die haben Ressourcen, aber es gibt auch welche, die, ähm, sowas wie Ligierung und so weiter drin haben. Ja, die kommen aber doch erst später. Oder? Äh, die können auch so zwischendurch kommen. Hm. I'm dying of thirst. Falsches Spiel. Okay. Grasverteiler. Früher hatte man die da gesagt. Und bummtsch. Wir müssen das hier doch im Stream jugendfrei oder zumindestens legal ausdrücken. Also verrat uns doch nicht. Jugendfrei? Naja, nicht jugendfrei, egal halt. Ja, dachte ich mir, nehme ich das mit der Ligierung. Also, dass man die schon am Anfang haben kann. Aber wir haben einen blauen Himmel. Nice. Hey. Hey. Ich weiß, wo ich hin kann. Ja, hast du eine Bleibe gefunden. Irgendwo hier unter Wasser. Dann ertränke ich mich nach einer Weile. Das funktioniert nicht. Es sei denn, du bleibst so lange draußen, dass du keinen Sauerstoff hast. Aber, das ist quasi wie ein Loop. Du kommst immer wieder zurück. Tja. Du hast quasi keine Wahl. Hm. Ja, also. Ähm. Ja. Hm? Ich weiß nicht. Raumschiff. Ich gehe mal auf Plündertour. Vielleicht habe ich Glück und finde, äh, Legierung. Ja. Wo ich gerade bei Plündertour bin. Ich, äh, habe heute ein Projektgespräch gehabt. Mhm. Und, oh, Truhe. Und, ähm, da wurden so ein paar Sachen besprochen und, und, und. Alles schön und gut, ne? Mhm. Und dann musste ich meinen Mitarbeiter erzählen, äh, oder Mitarbeiter erzählen, äh, oder Mitarbeitern erzählen, was wir morgen vorhaben. Mhm. Mit folgender Beschreibung bin ich rangegangen. Äh, wir spielen morgen Wikinger und plündern an kirchlichen Träger. Bitte was? Äh, ja, ja. Äh, wir gehen morgen plündern. Mhm, 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 mhm. Äh. Könntest du das genauer erläutern? Ähm, bei uns, äh, wird eine Schule selbstständig. Und die ist in einem kirchlichen Träger. Daher der kirchliche Träger. Und wir müssen unsere Hardware da rausholen. Also laufen wir da rüber, plündern die einmal leer. Und gehen wieder. Oh, wow. Ja. Loot, 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 loot. Genau so. Oh, ich habe schon wieder vergessen, eine Taschenlampe zu bauen. Mua, 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 mhm. Es ist ziemlich dunkel. Ah, Startrampe. Das wichtigste Objekt im Spiel. Oh, ja. Vor allem in dem einen Spielstand habe ich, glaube ich, den ganzen Kram irgendwann auf, äh, 10.000 oder 100.000. Ich bin mir nicht sicher. Prozent Steigerung gebracht. Mhm. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber irgendwann kannst du ja wirklich Raketen nach Raketen wegschießen. Ja. Ach ja, ich habe ein ganz wildes Thema. Da musst du dich nicht zu äußern. Oh, jetzt habe ich sehr das Bedürfnis, meinen Senf dazu zu geben. Ja? Ah, okay. Hast du einen Teil der Einführungsveranstaltung der Olympischen Spiele gesehen? Nein. Oh, das musst du mal machen. Das war wild. So, schlimm. Also, an sich nicht schlimm, würde ich sagen. Also, für mich persönlich jetzt hier überhaupt kein... Ach so, das waren die Teile. Ähm, überhaupt nichts wildes so. Ich fand aber den Rahmen da drumherum irgendwie dann doch ein bisschen fehlerhaft. Okay. Äh, und zwar, die haben, ähm... Warte. Ich sortiere einmal eben aus. Mhm. So, ich, ich, so wie ich das verstanden habe, haben die das, äh, erste Abendmahl nachgestellt. Was ja an sich schon irgendwie nicht passend zu den Olympischen Spielen ist, finde ich zumindestens. Mhm. Ähm, das Ganze anscheinend mit Gesang untermalt. Kann man machen, ist nicht mein Bier, äh, ja. Jetzt kommt's aber. Was, also ich fand's schon unpassend, dass man überhaupt das erste Abendmahl da bei sowas mit reinbringt. Bei einer Eröffnungsfeier von einer Sportveranstaltung, die aus dem, aus dem Griechischen kommt oder so, ne? Mhm. Und das Ganze abgerundet, alles nur Drag-Creens. Jetzt nur so mittelmäßig passend, ne? Also, ich, ich fand's wirklich einfach, äh, mir doch kackegal, was die da machen, ne? Ach ja, und das Beste war noch, äh, dem einen ist der Sack aus der Hose gefallen. Oder der ein, weiß ich jetzt nicht. Ich hab nur das live im TV und der stand neben Kindern, so wie das aussah. Und das war halt so, what the fuck? Ähm, 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 ähm. Mhm. Und das war irgendwie, äh, ich hab mir davon nichts angeguckt, ne? Aber ich hätte jetzt gesagt, okay, das waren die ersten zehn Minuten, äh, der Veranstaltung. Mhm. Aber die eine Band, die da gespielt hat, die war ganz cool. Aber klar, das Internet geht immer wieder ham. Natürlich. Erst Wärme oder erst Luftdruck? Von haben wir grad weniger. Luftdruck. Luftdruck war Silizium, oder? Äh, was? Ja, ich mein ja schon. Ja, das war heute bei uns so ein bisschen, äh, noch nicht mal richtig ein Thema, sondern eher so Richtung, what the fuck? What the fuck is happening here? Ja. 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 Ja, ich wollte ne Taschenlampe bauen. Unsere erste Rakete startet in drei, zwei, eins, scheiß, ich war zu spät, wuhu. Hast du dafür Düsen verbraucht? Ich hab mir eine gebaut, ja. Äh. Wieso? Naja, die Legierungen hätte man auch für andere Sachen gebrauchen können. Ich hab noch drei Legierungen. Woher hast denn die? Ja, die hab ich gemacht. Oh Gott, denn jetzt haben wir keine Zutaten mehr. Mwoh. Aber guck mal, wir haben, wir haben 516 jetzt bei Luftdruck. Mhm. Es geht schnell. Jetzt muss ich das gleiche nur noch machen für Wärme. Aber ich kann keine Düse mehr herstellen. Ja, aber wir sollten das zum Teil aber auch gleichmäßig machen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also das nächste wird Wärme, dafür brauchen wir dann nur Kobalt. Für die Rakete. Ja. Ah, und ich glaube, da müsste jetzt Iridium runtergekommen sein, oder? Ähm, das ist gut möglich. Ich weiß grad nicht, wo... Da hinten ist was runtergekommen. Ich, äh, schaue. Achso. Oh ja, einen ganzen Haufen Iridium. Das ist gut. Jetzt sollte dann auch gleich langsam, äh, der Regen anfangen, ne? Der Regen ist, glaube ich, die nächste Stufe. Aber lauf mal da hinten hin. Da ist noch ein Komet runtergekommen. Wo, da hinten? Äh, da. Jetzt ein bisschen weiter nach links. Links oder rechts? Links jetzt. Da, wo du bist. Nein, von dir aus links. Weiter links. Weiter links. Äh, äh, jetzt bist du 180, jetzt rechts. Ach, da. 45 Grad Winkel, nicht 180. Ich bin aber auf 180. Daneben, Baltrian. Ich hab keine Ahnung, ob das wirkt, aber... Iridium. Oh, ein Erzextrakteur. Oh, sehr gut. Ja, davon sollten wir uns so ein Paar vor die Tür stellen. Oh, ja. Wir werden es definitiv brauchen. Auch wenn die... Auch wenn die erstmal nichts bringen. Ja, wieso bringen die erstmal nichts? Äh, weil die späteren geiler sind. Ja, das ist schon klar, aber auch die hier finde ich schon sinnvoll. Nahrung niedrig. Pocifix. Bei mir auch. Nehmen wir ein Wasser mit. Ein Wächerchen. Ich fände es ganz toll, Spiel. Wenn die, äh, Trümmerteile hier drumherum mal verschwinden. Damit ich gucken kann, ob hier noch irgendwo Loot liegt. Oh, ja. Ach ja, ab einem bestimmten Teil des Spieles. Muss ich leider so sagen. Äh, würde ich gerne... Sachen machen. Ja. Äh, und zwar... Äh, wie heißt das gleich noch? Äh... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh... Ich würde gerne Mods integrieren. Für das Spiel. Ja. Wenn das klappen könnte. Weil, ähm... In bestimmten Situationen kannst du kein Gebäude bauen, weil die, ähm... Assets, die du hier platzierst, haben ein Viereck um sich herum. Ja. Und, ähm... Mit dem Mod kannst du... In jedem Viereck bauen. Mhm. Das heißt, man kann auch die Plattform besser platzieren. Ja. Er will eine Stange aufbauen und seinen Hobby fröhnen. Lapdance. Sie hat eine zweite Rakete gebaut. Uh. Also jetzt haben wir keine Legierung mehr. Oh. Vielleicht hätten wir vorher in Rucksäcke investieren sollen. Ach, ich gehe einfach schnell wieder ein bisschen sammeln, beziehungsweise... Hallo! Beziehungsweise ich baue, ähm... Den Erdsextraktor. Ja, vielleicht den als erstes erstmal irgendwie so drei Stück oder so. Und, äh... Fangen wir erstmal mit einem an. Nee, ich weiß, womit du anfängst. Ähm... Kannst du... Äh... Wie heißen sie gleich noch? Äh... Nahrungszüchter bauen. Die sind relativ easy, aber dann könnten wir vier von den Auberginen schon mal einpflanzen. Zwei sind schon, ja. Ja, und ich glaube, ich habe noch vier Samen mitgebracht. Na klar. Das kriege ich hin. Super. Weil ich glaube, wir haben überhaupt keine Nahrung mehr. Wahrscheinlich nicht. Einen Erdsextraktor möchte ich aber trotzdem ganz schnell noch bauen. Ja, okidoki. Hier ist nix. Uh, nice. Ein Alu und zwei Osmio. Sehr schön. Ja, deswegen baut Mani jetzt den Kron. Dass wir ein paar Auberginen bekommen. Zwei Alu, zwei Eisen. Kriegen wir auch gerade noch so hin. Irgendwie werde ich die ganze Zeit Kuh drücken. Ich weiß auch nicht, warum. Kann ich mir auch nicht erklären. Öffne Schließfach-Raum-Anzug. Ich werde nicht sterben. Ha. Ich bin gerade ganz knapp dem Tod entgelitten. Das geht ja mal gar nicht. Es war wirklich knapp. Es war ein harter Kampf, aber ich habe ihn gewonnen. Ich bin nicht gestorben. Atmosphärischer Wassersammler. Oh, da ist auch Oranium runtergekommen. Äh, ja. Ich nehme das mit, pack das seine Truhe und dann ziehe ich weiter. Jo. Weil ich habe ein klares Ziel vor, auch mit dieser Reise, welches ich gerne erreichen würde. Äh. Und was? Sag ich dir nicht. Okay. Ich dachte, du willst dir einen blauen Anzug holen. Warum sollte ich einen blauen Anzug haben wollen? Äh, weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Weil blauen Anzüge cool sind. Ich möchte einen orangenen Anzug haben. Den könnte ich dir mitbringen. Oh, holy shit. Oh, ich glaube, du bist schon da, wo ich hin will. Oh, es fängt an zu regnen. Nee, du läufst komplett woanders hin. Okay. Ich habe auch das Gefühl, dass ich falsch gelaufen bin. Dass ich nicht dahin komme, wo ich hin wollte. Oh Gott, ich habe auch viele Pflanzen. Ja, ich bin definitiv falsch abgebrochen. Egal, vielleicht finde ich trotzdem irgendwas. Äh, ja, viel Glück. Danke. Hä, wie bin ich denn nach draußen gekommen? So. Ah, okay. Ja, fertig geplündert. So weit es geht zumindest. Da müssen wir später nochmal wiederkommen. Das ist relativ anstrengend mit dem Inventarplatz, finde ich. Vor allem, dass die Sachen nicht stacken. Äh, ja. Ich meine, theoretisch gibt es da eine Mod für. Praktisch ist es aber irgendwie irgendwo vom Spiel so gewollt. Äh, ja. Weil dann könnte man eigentlich auch gefühlt in Kreativ spielen. Und wir haben ja schon einige Aspekte, kann man sagen, die sind schon so Pseudo-Kreativ. Ja, dass man nichts verliert, wenn man stirbt. Das ist ja schon viel wert. mhm. Hey, aber wir haben es heute zumindestens bis jetzt und wir spielen ja noch ein bisschen schon mal bis 1,2 MTI geschafft. mhm. mhm. So. Dann kehre ich mit meiner Ware zurück. Marken, da ist... Ich glaube, du läufst gerade ins Ende der Welt. Ja. Ich will nur gucken, ob es hier vielleicht noch irgendwas gibt. Oh. Nein, hier ist einfach eine Alpha-Wand. Das finde ich doof. Die hätten es ja wenigstens mit irgendwie so unüber querbaren Bergen oder so regeln können. Aber Alpha-Wände finde ich immer ein bisschen schade für ein Spiel. Oh, ja. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass es da irgendwann nochmal weitergehen soll und die deswegen eine Alpha-Wand eingefügt haben, dass das jetzt momentan einfach noch nicht verfügbar ist. A CC. A CC. A CC. Ich komme zurück mit deinem Pappklänzchen. Hm. Ach, wir könnten auch mal Grasverteiler bauen, ne? Ja. Damit wir die erste Biomasse bekommen. Ach, der ist ja auch gar nicht so teuer. Der braucht ja gar keine Superlegierung. Nee, der sollte eigentlich relativ easy sein. Müssen wir nur gucken, ob wir mit der Energie dann hinkommen. Ich glaube, das wird nämlich jetzt gleich nochmal das größere Problem werden. Hattest du eigentlich Nahrungsdingstens gebaut? Ja. Wo das denn? Bei der Heizung hinten. Ach so. Okay, ich kann sowieso allerhöchstens zwei von den Grasverteilern bauen, weil wir nicht mehr von diesen grünen Blümchen haben. Are you sure about that? Absolut nicht. Du hast wahrscheinlich gerade Unmengen davon gesammelt. Ja, guck mal hier in die Tour rein. Hm. Hm, hm, hm. Gut, dann können wir vielleicht doch mehr davon machen. Jo. Oh, du hast die Coil dann. Sauber. Ja, was? Die goldenen Dings sind es gebaut. Ach so, ja. Magnesium, Aluminium und... Für eins habe ich noch Wasserflaschen dabei. Magnesium. Eins, zwei, drei. Was wolltest du jetzt bauen? Äh, die Grasverteiler. Ach, hier. Ähm, hast du noch Alu? Ja. Eins brauche ich noch. Danke. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, was ich... Oh, okay. Ähm. Ähm? Vielleicht haben wir ein klitzekleines Stromproblemchen gerade. Hast du neun, hast du noch einen Uranstab? Nein, ich habe nur drei Uranerz. Guck mal, da können wir noch Uran bauen? Ich glaube nicht. Nee, wir haben nur sechs. Müssen wir nochmal ein Solarpanel bauen. Ich glaube eins wird nicht ausreichen. Ich glaube auch nicht. Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das war's für heute. So, dann probiere ich mein Glück nochmal, ob ich irgendwo was finde. Ich glaube, ich mache aber doch ein bisschen Musik im Hintergrund an, weil das ist doch sehr leise, wenn die Musik im Spiel aussetzt. Ups. Ich mache die Musik im Spiel nämlich ganz aus und dann... Genau jetzt setzt die Musik im Spiel natürlich wieder ein. Ich hoffe... Bist du noch in der Nähe? Irgendwo? Ja. Okay. Ich habe nämlich noch ein Geschenk für dich. Für mich? Ja. Ich komme zurück. Da. Dankeschön. Jetzt bist du voll orange. Yay. Wie, welche Farbe habe ich für dir? Warte, ich sehe gerade nichts außer mich zu freuen. Ich muss Escape drücken. Okay. Äh, orange. Orange, weiß. Und so einen grünen Streifen. Ja, der ist eher so bläulich, wenn du mich nicht anleuchten würdest. Nein, der ist gelb. Der ist leicht bläulich. Der ist gelb. Was ist denn da dran bläulich? Das Weiße. Das Weiß. Ja, guck mal auf meinem Bildschirm. Ja, auch da finde ich die Weiß. Nee, der Unterschied zwischen deinem Weiß und... Ach so. Ja, mein Weiß ist ein bisschen heller als dein Weiß. Jetzt guck mal auf meinem Bildschirm. Das ist doch bläulich. Nein. Ach, du hast was mit den Augen. Nein, du hast was mit den Augen. Mhm. Sieht der Anzug nicht eher rosa aus? Nein, du da nicht. Doch, Zuschauer, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich spiele hier mit einem rosa Schweinchen zusammen. Danke übrigens für den Anzug. Mhm. Oh, ich habe Uran gefunden. Oh, da ist der Komet eingeschlagen, den du gerufen hast. Hm. Jetzt haben wir auch genug für einen, ähm... Uranstab noch. Dass wir... neuen... Reakteur? ...bauen können. Genau. Sauber. Dafür brauchen wir auch Superlegierung, ne? Ja. Meine? Ja, drei Stück. Dann auch noch direkt so frech viel davon. Aber wir haben kein Aluminium mehr. Alles schlecht. Weißt du, ich packe dir das einfach hier rein und du machst es dann, ja? Ja, kann ich gerne machen. Ich packe das mal hier mit rein. Ach so, okay, ich wollte gerade sagen, du hast es... okay, ja. Ich habe alles... ich habe nur umgeräumt, weil da mehr reingepasst hat. Hm, habe ich dann auch gesehen. Ich dachte gerade so, oh, du hast die komplette Kiste übersehen. Nee, nee. Die Palace fühle ich gerade irgendwie nicht. Ich mache mal das an. Es regnet. Hm. Das ist ziemlich laut. Vom Rest des Spiels hört man überhaupt nichts mehr außer Regen. Das ist richtig. Okay. Wat' nen Scheiß. Da hinten ist das Ding, wo ich hinwollte, eben. Und was ist... was gibt es da? Ein riesiges Raumschiff. Ah, okay. Und mit riesig meine ich wirklich, wirklich riesig. Muss nur den Eingang wiederfinden. Oh wow, da warst du schon drin. Ach das, ja. Hast du das schon komplett leer gelootet? Äh, ja und nein. Ja, bis zu dem Zustand, wo wir looten können. Oh wow. Mhm. Hm. Wie kann es dann sein, dass alles weg ist an Ressourcen, was du gesammelt hast? Also bei mir war da in der Singleplayer-Welt übelst viel, ähm, Superligierung drin. Äh, das, was du in den Truhen findest, ist random. Ja, okay, dann gucke ich halt weiter. Suche ich mir halt mein eigenes Schiff. Mann, ey. Ja, du könntest jetzt zum Beispiel genau einfach da geradeaus laufen. Da war auch nichts zu essen drin in diesem Raumschiff. Nope. Aber das ist ja frech. Ja. Weil das wäre mir relativ wichtig gerade. Oh, Spielstand abhängig ist der Loot auch. Okay. Ja, ja. Je später du die Truhen öffnest, desto bessere Sachen findest du da, glaube ich, drin. Hm. Sicher, dass in diese Richtung hier noch irgendwas ist? Hm. Hm. Sollte eigentlich. Nahrung kritisch. Hm. Hm. Ich glaube, bis ich da angekommen bin, bin ich verhungert. Äh, ja. Energie wieder hergestellt. Wupp, wupp. Bitte lass in der Truhe irgendwas zu snacken drin sein. Bitte, bitte. Ich meine, es ist gut, was da drin ist, aber... Ja. Ja, die Raumschiffe haben nicht alle immer was zu essen, Lala. Das ist halt echt problematisch. Ja, vor allem, wenn man hier zu zweit snacken muss, ne? Äh, ja. Ich hab die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass ich hier zumindest gleich irgendwas zu snacken finde. Da ist noch eine Truhe. Bitte. Bitte lass hier was zu snacken drin sein. Ach, komm schon. Ja. Ja. Die und ich haben das gerade festgestellt. Dass man nicht... Oh, wir haben einen Blumentopf erhalten. Da hinten ist auch noch eine Truhe. Bitte lass da was zu snacken drin sein. Ich will noch nicht nach Hause. Ach, komm schon. Die kann ich nicht mal mehr looten. Oh, ich glaube, das meintest du. Da hinten. Ne, Moment. Von da komme ich doch gerade, oder? Das ist das, was so halb im Sand drin steckt. Ja. Ich warte gerade auch nur noch, dass ich sterbe. Wow. Dass ich nochmal losziehen kann. Das nennt man Content. Ja. Sie sind gerade mal bei 69 Prozent, die Feldfrüchte. Hm. Oh, da bist du. Getting hot in here. Nahrung? Nein. Ich habe keine Nahrung. Tja. Aber da lohnt es sich ja eigentlich eher zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel Truhen looten zu gehen. Weil dann da besserer Stuff drin ist. Nee, ja und nein. Es gibt so viele Truhen in dem Spiel. Da würde ich fast sagen, da ist das egal. Okay. Okay. Ich komme nicht mehr bis nach Hause. Okay. Hä, warum war das denn jetzt so schnell wieder leer? Lauf mal nach links und nicht nach rechts. Ja, warte, da war. Ich habe da aber noch eben was gesehen. So. Oh. Die erste Truhe, die ich öffne, hat Nahrung. Da. Da ist doch noch was. Ja. Du hast mich angelogen. Ich hätte nach links gehen müssen und nicht nach rechts. Du Schwindler. Ich glaube aber, da ist schon alles. Ah, nee, da müsste auch noch was sein. Ja. Sicher? Dass du da nicht schon drin warst? Nee, da habe ich nur das Iridium weggefrühstückt. Hm. Ich gehe mal davon aus, dass Lava Aua macht, richtig? Äh, ich glaube ja. Was mir gar nichts bringt, wenn ich da jetzt hinrenne, weil, äh, ich habe da sowieso keinen Platz im Inventor. Aber dann kann ich gucken. Ja, dann kannst du gucken. Ich war mir eigentlich sicher, hier war was. Oh ja, riesen Raumschiff. Sauerstoff niedrig. Scheiße. Er hat recht. Kannst du kein Dingsbohnen? Was? Nein. Oh. Ja, ich glaube, ich komme einfach nach Hause. Ja? Ja, ja, ich habe sowieso keinen Platz im Inventar. Heißt, alles, was ich jetzt finde, kann ich sowieso nicht mitnehmen. So eine ganz spontane Entscheidung. Hm. Oh, oh Gott, Alter. Alter, kriegt man hier viele Blumen. Mhm. Ich habe auch ultra viele mitgebracht. Ja, ich komme nochmal mit einem halben Inventar voll. Mhm. Vor allem, ich meine, hinterher bei dem Blumenverteiler können wir so wieder benutzen, aber... Das ist trotzdem ein bisschen übertrieben. Mhm. Ich kann unser Haus sehen. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich da nicht hinkomme. Komm schon. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Scheiße. Ach, Katjes. Das ist doch schmuh. Jetzt ohne... Ohne Umwegung. Du musst jetzt nach links laufen. Nach links, nach links. Ja, warum nach links? Weil du jetzt rechts um den Berg herum läufst und links um den Berg ist bedeutend kürzer. Hm. Hm. 8, 5, 5, 3, 4, 1. 5, 4, 5, 6, 6, 5, 3, 2. colocar kita eingehen. 5, 6, response49. 7, 6, 3, 5, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4. 4, 3, 4, 5, 5, reactive. Okay, raspfission dazu. Oh, bei uns draußen ist wieder Bildkonzert von ganz vielen Hunden. Oh Gott. Mhm. Warum denn nur? Ja, das ist hier tatsächlich normal. Weil wenn einer anfängt, fängt halt einfach die ganze Straße an und hier hat gefühlt jeder zweite einen Hund. Oh Gott. Schlimm ist nur, wenn das um drei Uhr nachts passiert. Wobei der Hund von meinen Eltern da so ein bisschen Vorreiter ist, weil die fängt auch um drei Uhr nachts an zu bellen. Und auch lange und laut und das ist einfach nur nervig. Aber du kannst ja auch schlecht die Schnauze zu kleben. Das vielleicht nicht, aber da gibt es andere Methoden. Oh mein Gott, ich bin wieder zu Hause angekommen. Glückwunsch. Danke. Ich baue mal einen Schrank für Blumen, ja? Ah, ich habe gerade einen mitten im Flur gebaut. Nur für Blumen. Hier, der da. Das der ist fast voll. Oh ja. Ich baue noch einen zweiten. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das mit den Bällen und so weiter, das hat eindeutig was mit Erziehung zu tun. Das kann mir keiner ausreden. Das Ding ist, ähm, die macht es halt immer, wenn irgendjemand vor dem Grundstück herläuft und prinzipiell soll sie das auch machen. Hä? Naja, bei uns der Gegend wird schon mal ab und zu eingebrochen und dann ja, weiß ich nicht, die brechen halt vorzugsweise nicht in Häuser ein, wo Hunde bellen. Äh, ja, das schon. Aber also im Haus kann ich das verstehen, weil das jemand Unbekanntes ist. Außerhalb des Hauses, ähm, nicht. Was machst du denn da? Ich hab was geguckt. Ach so. Aber ich muss, muss dazu sagen, gerade bei unserer, wir kriegen es ja nicht abgewöhnt, egal was wir tun. Also es ist schon deutlich besser geworden, muss ich sagen. Sie bellt nicht mehr an. Vor allem, wenn wir da sind, bellt sie nicht mehr. Wenn wir nicht da sind, bellt sie bedeutend öfter, wenn sie was hört. Und auch wenn andere Hunde an der Straße anspringen, dann bellt sie meistens mit. Okay, ja. Hm. Sauerstofftank, ne? Hm. Könnte ich mal machen, ne? Ja. Tu dir keinen Zwang an. So. Gut, den Stufe 4er brauche ich jetzt noch nicht unbedingt, aber zumindest sind die Stufe 3er schon mal. Sauerstofftank? Ja. Ach, den hast du ja noch nicht gemacht. Nee. Ich bin die ganze Zeit mit dem Stufe 2 herumgelaufen. Das erklärt es natürlich. Hm. So, wo stehen wir denn gerade? Ach, wir sind schon fast bei der Stufe flüssiges Wasser. Nice. Oh, ich sterbe gerade. Das ist natürlich höchst tragisch. Ja. Oh, hi. Hi. Ach ja, in den einen Schrank habe ich dir was zu essen reingepackt. Danke. Das war auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Dann sterbe ich nicht in zwei Minuten schon wieder. So, was sagt denn der Strom? Alles toti. Dann baue ich noch, äh. Bauen wir noch einen Boom-Verteiler. Äh, jo. Und du musst dann auch die Pflanzen immer umpflanzen, ne? Also in die nächstbessere Stufe dann so gesehen. Ah, nee. Der Grasverteiler kann noch keine Pflanzen verteilen, ne? Nee. Nee. Ich war, ich war falsch. Ich, ich baue zwei Grasverteiler. Jo. So. Zwei Alu, zwei Magnesium. Das sollten wir gerade noch hinkriegen. Mhm. Und zwei Plümchen. Da bin ich mir sehr sicher, dass wir die üblich haben. Vor allem Plümchen. Plümchen. So, hupsch. Du könntest noch so ein Regenwasser-Auffangbehälter bauen. Ja, dafür haben wir nicht genug Alu. Oh. Wir brauchen dafür... Ach doch, Moment. Doch, das könnte tatsächlich genau klappen. Ja, das ist doch schön. Stimmt, jetzt fängt ja langsam an, das Regenwasser, äh, das Eis zu verschwinden, ne? Genau deswegen. So, ein Kobalt, ein Silizium, ein Eisen, ein Magnesium. Kobalt, Silizium. Nee, Titan brauchte ich nicht, aber Eisen. Uh. in der Eingangstür. Schön. Hehe. Moment, da müssen doch jetzt auch langsam die Mulden anfangen, sich mit Wasser zu füllen, oder? Mhm, ich hab grad mal geguckt, da war nix. Kann ich auch was anderes liegen? Nee, du musst ja dann da schon anfangen. Hm. Obwohl, nee, das fängt erst mit der nächsten Stufe ganz langsam an sich zu füllen. Das ist jetzt noch gar nicht... Oh, nice. Aber die nächste Stufe haben wir gerade erreicht. Nice. Heißt, so langsam geht's in Richtung Wasser. Water. Water. Das heißt auch, dass wir bald die Algendinger freischalten. Oh ja. Obwohl das dauert noch, dafür brauchen wir mehr Wärme. Hm. Brauchen wir einen Silizium, äh, Iridiumstab. Wie viel Iridium haben wir denn noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, ich hatte was zum Vorlesen. Oh, nee, hat sich sowieso erlegt. Wir haben nämlich keinen Alu mehr. Oh. Dann lassen wir das erst mal so. Jo. Und dann gucke ich erst mal, dass ich noch Alu finde und dann finde ich vielleicht in dem Zuge auch direkt noch ein bisschen Iridium. Ähm, du könntest ein Erzproduzent in das Alu-Gebiet stellen, wenn wir dafür die Ressourcen hätten. Oh, meine ich. Oh, verdammt. Äh, so. An diesem neuen Ort ist es etwas wärmer als in meinem letzten Lager, aber mir ist immer noch extrem kalt. Es ist zwei Tage her, seit mir das Essen ausgegangen ist. Ich vermisse meine Familie, ich bin so einsam. Ich habe alle Hoffnung verloren. Ich muss bald ausziehen. Ich habe beschreckliche Angst davor, noch einmal nach draußen zu gehen. Es ist so dunkel und so kalt. Xiao Dan. Heißt das Chao Dan? Äh, ja, ich glaube schon. Oh mein Gott. Hier werden wieder Supercomputer zum abbauen. was ein Scheiß. Oh ja. So. Aber jetzt bin ich ein Gefangener, körperlich gefesselt in einem Kerker und geistig gefangen in einer Idee, einer schrecklichen, einer abscheulichen, einer über unüberwindlichen Idee. Ich habe nur einen Gedanken, eine Überzeugung, eine Gewissheit zum Tode verurteilt. ein bisschen was von Horror hier. Ja, dann haben wir den Outpost geplündert. Ah, die ganzen Außenposten kennst du, ne? Oh. Sie hat nicht zugehört. Silizium brauchen wir auch noch. Will ich nämlich einen weiteren davor platzieren. Noch zwei Eisen. Nee, ein Titanen und zwei Eisen, glaube ich noch. Eisen, Eisen, Eisen. Da ist was. Da. Nee, alles kenne ich hier auch nicht. Ich kenne einen Großteil der ganzen Sachen. Aber... Ich bin wieder da. ... noch nicht alles. Hallo. Hallo. Kennst du die ganzen Außenposten? Welche ganzen Außenposten? Ach, die Treppen, die immer irgendwo nach unten führen in eine Anlage. Ähm. Es gibt überall so... Es gibt überall so... Einen Außenposten. Einen Außenposten habe ich jetzt vollständig geplündert. Außer die Supercomputer. Die habe ich noch nicht mitnehmen können. Ja. Da... Da habe ich auch noch nie nur auf der Suche nach ein bisschen, äh... Aluminium. Yes. Lala ist fast durch mit 16.000 TTI. Oh, wow. Ja, da ist noch ein sehr weiter Weg hin. Bei uns? Oh, ja. Oh, ja. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich meine, Satisfactory kommt ja sowieso erst in... anderthalb Monaten raus. Bisschen weniger. Bis dahin haben wir ja auf jeden Fall Zeit, das zu machen. Äh, ja. Auf jeden. Oh, Gott. Ich habe mich schon verlaufen. Und Biolabor. Und Kernreaktor. Wow, wie die Taschenlampe einfach fast nix bringt. Ja. Das ist echt traurig, diese kleine Pfütze an Licht. Ja. Und überhaupt nicht nervig. Mhm. Ja, ich weiß, dass ich Sauerstoffarmut habe, aber ich finde hier nicht raus. Ja. Ja, ich mache mal Fast Travel. Mach das. Habe ich gerade vielleicht auch gemacht. Aber nur vielleicht. Haha. So. Ja, Lala. Deswegen wurde auch straight up sofort gebannt. Und servus Gaming. Ich spiele ein bisschen Planet Crafter. Hallo Gaming. Ich verlaufe mich hier ein bisschen. Und ich grätsche einfach mal dazwischen. Äh, ja. Genau. Soll ich direkt einen Bio Dom bauen? Ja, du kannst auch ein Bio Labor bauen, wenn du willst. Ja, erst mal Bio Dom, dann Bio Labor. Okay. Wow, ich hätte nur die zwei Stützen abbauen müssen, dann wäre ich rausgekommen. Das ist doch immer so. Ja. So, was fehlt mir jetzt noch? Zwei Kobalt, zwei Titanen und einen Strauch. Soll ich mal doch hinkriegen. Ja, von den Sträuchen haben wir ein paar mehr. Hm. Oh, meine Fresse. So. Klar hat der einen Bann bekommen. Einen Permabann. Das ist doch keine Frage. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe die Frage nicht. Da wird nicht lang gefackelt. Und auch nicht erzappelt. Da wird direkt reingebannt. Hm. Ja, ich wurde wirklich freiwillig hierher gejagt. Ein gewisser jemand hat hartes Suchtpotenzial hartes Suchtpotenzial gezeigt und davon habe ich mich anstecken lassen. Was? Wer könnte dieser jemand bloß sein? Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Mysteriös. Oh, meine Fresse. Ich schaffe hier wirklich nur einen Raum oder maximal anderthalb Räume und schon ist wieder das komplette Inventar voll. Mhm. Also, falls du ein komplett geplündertes Raumschiff suchst, da, wo du vorhin drauf los warst, da habe ich jetzt noch mal ordentlich ausgeräumt. Wir haben ein kleines Vordach. Ja, ich wollte gerade sagen, könntest du in allen anderen Spielen baust du ordentlich mit Stil und, und, und. Warum denn jetzt auf einmal nicht mehr? Spiel, ich bin mir sicher, dass ich das zerlege. Ich darf das nicht zerlegen. Hä? Tja. Ich habe kaputt gemacht. Ich wollte gerade fragen, ist das so jetzt eine Stufe von Du hast Kacke gebaut? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Hoppala. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Du hast ein Wohnmodul zerlegt. Ne, die Eingangstür. Die kann man auch keine fünf Minuten alleine lassen, ne? Hä? Ich darf es nicht kaputt machen. Dann muss es wohl doch da bleiben. Ich wollte doch nur ein wunderschönes Vordach haben. Gibt es hier sowas wie Säulen oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Hm. Ja, es kann aber auch sein, dass du einfach nicht auf der richtigen Höhe bist. Es ist egal, auf welcher Höhe ich bin. Auch wenn ich direkt davor stehe. Also ich war ja gerade quasi von hier aus. Kann ich es auch nicht kaputt machen. Probier du das gleich bitte mal. Ja, dann könntest du schon zu diesem Raumschiff laufen, wenn du willst. Da ist nämlich sehr viel Kram drin. Ja, ich mache mein Inventar eben leer. Da, wo ich eben war, ne? Ja, genau. Auf dem Weg sind so ein paar Lebenserhaltungszellen, in die du rein kannst. Hm. Obwohl, lass mich mal vorher, bevor du losläufst. Äh. Ich wollte gerade mal gucken, was ich denn alles hier lasse. bin schon unterwegs. Hm. So. Ja, da ist jetzt sehr viel Kacke drin. Hm. Hm. Woey. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wundert mich aber ein bisschen, dass wir immer noch nirgendwo so wenigstens eine Pfütze an Wasser sehen. Ja. Oh, das... Ach du, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich nicht das Raumschiff, was ich geplündert habe. Doch. Ja, ja, das auch. Aber... Weißt du, in der Feuerregion, wo du kurz vor so einem großen Raumschiff krepiert bist? Mhm. Das darfst du selber machen. Ja, deswegen nehme ich auch nur die wichtigsten Sachen mit und dann, wenn irgendwann Sauerstoff frei verfügbar ist und die Teleporter... Läuft man mit dem Teleporter los und plündert die Sachen leer. Bis dahin brauchen wir aber noch sehr viele Materialien, die wir... Und ja, quasi schon zur Verfügung haben, nur umräumen müssten. Mhm. Mhm. Ja, ja, ich nehme ja das Wichtigste aktuell mit. Okay. Iridium kriegen wir so. Okay. Verdammt. Bleibt das da, kommt das mit. Die kommt draußen, dafür kommt die mit. Ja. Wir brauchen eindeutig die Rakete mit der Karte. Mhm. Damit man sieht, wo man ist. Wenn du dann irgendwann wieder zu Hause bist, dann kannst du ja mal schauen, ob du das Biodom da abbauen kannst. Mhm. Oh, ich habe eine Höhle. Weil der zeigt mir ja auch nicht diese Fehlermeldung an, die man kriegt, wenn irgendeine Items drin sind. Mhm. Kriege ich ja auch nicht angezeigt. Hast du jetzt nochmal versucht? Ich mache gleich, ich räume eben mein Inventar aus, weil sonst fliegt hier gleich ganz viel Zeug rum. Oh ja. Warnung, Energie niedrig. Nee, darf ich nicht. Das ist echt komisch. Singleplayer hatte ich damit auch absolut 0,0 Probleme. Hm. Deswegen verstehe ich gerade nicht, was so... Das Problem ist. Ja. Wann es aktuell so liegen könnte. Aber andere Sachen kannst du abbauen, ne? Ja. Nicht, dass du den Abriss-Chip weggehauen hast. Nee, nee, dann habe ich noch dran. Ich habe ja gerade eben aus Versehen die Tür zerlegt. Ah, okay. Genau deswegen, das kann es auf jeden Fall nicht sein. Wenn du willst, kannst du einmal 400er Blumen verteilen. Ähm, ja. Ja. Hm? Das ging jetzt sehr einfach. Ja, keine Ahnung, warum das bei mir nicht geklappt hat. Ja. Das Spiel mobbt mich einfach. Das ist... Aber ich bin es ja schon gewohnt. Also von daher irgendwie... Ist halt auch nicht so schlimm. Ich kenne es ja nicht anders, also. Was soll man machen? Außer Lichtern. Äh, ja. 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 Das war's ekelhaft. Mein ganzer Stuhl ist komplett nass geschwitzt. Hm, yummy. Ich meine, ich habe schon ein Kissen drunter, weil es gibt einfach nichts Ekligeres als so ein Lederstuhl im Sommer und dann mit, keine Ahnung, einer kurzen Hose und so. Und dann krieg ich vor... Äh, ja. Grauenhaft. Oh, ja. Wo ist die Nahrungskisse hin? Die habe ich gerade gelöscht. Weil nichts mehr drin war? Weil keine Nahrung mehr da war? Ja, genau. Ach, cool. Cool, cool. Okay. Wir haben echt sehr viele Blümchen, ne? Hm. Aber die braucht man später halt echt noch viel. Hm. Wo ist die Nahrung, wo ist die Nahrung? Hm, wir bräuchten wahrscheinlich erstmal einen neuen Kernreaktor. Ja, den könnten wir bauen. Die Stufe 5, ich hab erst Stufe 3. Ja. Ah, aber dafür brauchen wir sehr viel Superlegierung, ich glaub, das spare ich mir erstmal. Erstmal gucken, dass wir jetzt ein bisschen, ähm, das, äh, den Terraform Index noch gepusht bekommen. Oh ja. Bist du grad schon an einem Reaktor dran? Ja. Okay, gut, dann, äh... Hast du noch eine Wasserflasche? Äh, guck mal in der Nahrungskiste hinten, da wo die Samen drin sind. Ah. Okay. So, weil dann würde ich noch einen Bohrer bauen. Äh, guck mal in der Nahrungskiste, da wo die Samen drin sind. Für Schwefel können wir auch bald schon eine eigene Truhe anlegen, ne? Hm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Genau. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich habe den Schlüssel der Wächter gefunden. Ja. Warte, lass mich eben nachdenken. Warte, bleib mal stehen. Und jetzt lauf mal genau nach Osten. Genau, und einfach ans Ende der Höhle laufen. Ich glaube, da komme ich nicht mehr hin. Ich habe nicht mehr genug Essen. Oh. Egal. Lauf ich nochmal los. Ist ja kein Problem. Ich weiß ja, wo es war. Also in der Höhle immer Richtung Osten. Hmm? Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob ich unbedingt bissen will, in was für einer lila Suppe ich die ganze Zeit schwimme. Ja, das ist Pilz-Jazz. Cool. Mhm. Algen. Also hier habe ich jetzt noch einen Ausgang, richtig? Nee. Zurück. Und dann weiter nach links laufen. Wo die Höhle da reingeht? Genau. Achso. Nee, hier sind noch Bauwerke, ne? Genau, da den Fluss entlang. Ah. Und rechts das komische Gebilde an der Wand. Mach auf, ich habe nicht mehr so viel Sauerstoff. Schneller. Ähm, du hast hier Energie kaputt gemacht. Mhm. Das werde ich definitiv nicht alles vorlesen. Du hast hier Energie wieder ganz gemeint. Oh ja. Und einen ganzen Haufen Sachen eingespart. Hm. Außer die Stäbe, aber... Äh, okay. Hahaha. Ich schätze hier wird es Loot geben. Oh ja. Aber nicht mehr für mich. Du sagst, du steigst aus? Hm. Habe ich den Schlüssel noch? Nee, habe ich nicht. Äh, ich glaube ich nehme mal eine Sauerstoffflasche mit. Hm. Mhm. Äh, ich habe dir zwei Urgegin in, äh, in die Kiste getan. Nice. Oh, voilà. Hallo, Pilz. Ich möchte gerne hier durch. Wer schwimmt nicht gerne in Pilzausdünstungen? Äh, ich, du, andere Menschen. Wer sagt denn, dass wir Menschen sind? Äh, der Anzug. Und die Lebensleiste. Ja, und dass wir essen müssen. Hm. Hm. Ach ja, hast du gesehen? Ich habe eine neue Anzugsfarbe. Nee, habe ich nicht gesehen. Die ist mal kernschwarz. Hm. Äh. Hast du mal versucht, ähm, an der Suppe zu trinken? Nein. Ich bin mir auch sehr sicher, dass ich das nicht möchte. Okay, links. Warte, bevor du wegläufst, guck unten auf den Sockel und mach einen Screenshot. Das sind nämlich Koordinaten, wo du das nächste Mal findest, wo du das einsetzen kannst. Ah, okay. Und warte. So, wie komme ich jetzt da hin? Wahrscheinlich nur mit dem Jetpack, ne? Nee. Äh, nee, das ist einfach nur zum Gucken. Wie? Hier gibt's keinen Loot. Nee. Ja doch, es gibt Loot. Du läufst nur schon zum dritten Mal dran vorbei. Oh. In diesem Säulenraum. Guck dir da einfach mal die... Du bist schon wieder durchgelaufen. Ah, nee. Genau. Und da gibt's Loot. Wo du jetzt gerade drinnen bist. Oder ist das nur Nachrichten vorlesen? Das ist nur Nachrichten vorlesen. Ah, okay. Hier ist nix Loot. Aber du hast auch beide angesprochen, ne? Ja. Gut. Nix Loot. Aber das mit den Koordinaten können wir dann wahrscheinlich erst so richtig machen, wenn wir dann ein Satellit und alles haben, oder? Äh, ja. Definitiv. Außer du guckst jetzt unten links. Da stehen die Koordinaten. Oh, wow. Hm? Äh, bin ich hier richtig? Äh, okay. Hier ist Wasser. Ja. Oder auch nicht. Äh, in dem Spiel fängt das Wasser an von unten zu fließen. Ja, ich hab nur immer mal wie, ich hab Wasser, dann wieder ein Stückchen nicht und dann wieder ein Stückchen Wasser und wieder ein Stückchen nicht. Deswegen, das war ein bisschen verwirrend gerade. Ja, glaub ich. Oh, warte mal. Äh, ja, lauf erstmal an die Oberfläche. Soll ich wieder deinen Loot mitbringen? Äh, ja. Da ist kein Loot drin. Na, warte. Äh, lauf mal geradeaus weiter. Ah, ich hab's befürchtet. Da links ist schon noch eins und eins ist noch geradeaus. Inventar voll. Ja, du musst in der anderen Wurzel ein bisschen entleeren und wenn du da was wichtiges findest, was du mitnehmen möchtest. Ich will nur nicht in die Butze reingehen, weil wenn ich jetzt sterbe, dann spawne ich zu Hause wieder. Wenn ich da jetzt reingehe, dann spawne ich immer wieder in dieser Kackbutze. Ja. Ja. Oh. Oh. Da komm ich nicht dran. Aber ich hab zumindest ein bisschen Aluminium jetzt mit dabei. Nice. Kann man das HUD eigentlich deaktivieren? Weiß ich nicht. Äh. Zugangsschlüssel, Karte, Anzeige, Chat, hat deaktivieren. F2. Weil ich kann mal unsere Basis von oben fotografieren. Mhm. Wie kriegst du es eigentlich hin, so schnell Sauerstoff zu verlieren? Hm. Das ist mein Geheimnis. Okay. Hm. Seh ich dich da? Ah ne, du bist ja hinten bei unserer Basis. Schade. Wieso? Ach dann. Ich hätte mal gern gesehen, ob ich dich da hinten irgendwo rumlaufen sehe. Ach so. Weil die zwei Häuser, die ich gebaut hab, die sieht man. Oh oh. Oh oh, ich hab keine... Hm? Kein Sauerstoff mehr. Ach das ist ungünstig. Ja gut, oder halt auch nicht ungünstig, ne? Ja, das Gute da dran ist, sollte ich jetzt... Wenn ich das hier abbaue und wenn ich sterbe, lande ich wieder in unserem Pott. Ja, okay. Okay, hier kann man anscheinend nicht mehr hoch. Oh. Super Legierung. Inventar voll. Wow. Also. Dann erkunden wir mal ein wenig. Da hinten ist das. Da ist das. Da ist das. Jetzt sind die Meteoritenhagel echt selten geworden. Aber gut, liegt wahrscheinlich auch damit... Hängt damit zusammen, dass der Planet langsam etwas bewohnbarer wird. Äh ja. Jetzt sterbe ich schon wieder. Oh. Oh. Truhe. Hm. 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 Eine Sicherung. Oh, schön. Hattest du so schon mal eine? Mhm. Mhm. Also die sind wirklich schön. Mhm. Nein, 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 nein. Ich hab noch nicht mal was zum Heilen. Ähm. Hm? Guckst du auf meinen Stream? Ja. Das da ist eine Wasserquelle. Was? Was? Okay. Oh. Was für eine Rakete hast du gebaut? Eine schöne. Oh verdammt. Es geht nicht mehr so wie mal geplant. Hm? Du landest jetzt nicht mehr in deinem Pot, wenn du stirbst. stirbst. Oh. Tja. Das ist natürlich doof. Mhm. Hatte ich eben gesagt, dass die, ähm, Meteoritenhagel weniger geworden sind? Ja, das kommt durch deine Rakete. Sicher? Ja, jedes Mal, wenn du eine Rakete losschickst, löst du unterschiedliche Typen aus. Wir müssen mehr Raketen losschicken. Ja. I am stuck. Kommst du da nicht mehr runter? Ne. Das ist natürlich doof. Ich glaub, du musst mich retten kommen. Wie soll ich dich denn retten kommen? Du musst hier unten, da unten ein Haus bauen. Okay. Ich, äh, werde es gleich probieren. Eine Sekunde. Das ist natürlich very Rivанный beer. Was? Ich. . Ich. Ich. Da können wir dann später noch Stützen drunter bauen. Okay. So, ich brauche zwei Titanen, drei Ei, wir haben nicht genug Eisen. Ja, das findest du auch im Weg. Haben wir auch nicht. In welche Richtung muss ich gehen? Nach rechts. Weiter rechts. Da, geradeaus. Okay. Ja, jetzt nach links. Da oben, oder? Nee, nee, nach links. Du. Ach, da. Genau. Siehst du diesen Erdhügel, den man hochlaufen kann? An dem Berg? Da musst du hochlaufen. Alles klar. Das kriege ich hin, bestimmt. Ich hab jetzt auch genug Zeug, ne? Drei, zwei, eins. Ja, wunderbar. Ich komme zur Rettung. Ja. Ich seh' dich. Ich seh' dich nicht. Aber das okay. Du kannst da, wo ich lande, hier kannst du ein Haus hinbauen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, den kannst du auch wieder mitnehmen. Nee, das bleibt ja jetzt auf ewig. Okay. Oh Gott. Jihah. Juhu. Falls du nochmal so ein Experiment machst, damit ich da nicht nochmal hinlaufen muss. Ich habe das Teil ja jetzt geplündert. Hm. Ich dachte, ich baue mal das Ding, mit dem wir Dünger herstellen können. Äh. Hm. Oh. Ich verstehe. Ich kann das nicht abbauen, du musst das machen. Wie, du kannst das nicht abbauen? Ich kann das schon wieder nicht abbauen. Also mein, mein Ding, was ich gesetzt habe, das, ich darf schon wieder nicht. Nee, das muss andere Gründe haben. Oh Gott. So. So. Wir brauchen einen Algen- für Döns. Äh. Jep. Dafür brauchen wir Pilze. Pilze haben wir noch nicht. Heißt mehr Nahrungszüchter. Komm mal hierher gelaufen. Ja. War ich das jetzt? Ja. Ja. Ich verstehe es nicht. Vielleicht, weil du immer in dem Raum drinnen standest? Nee, auch wenn ich nicht in dem Raum, ich stand ja, das letzte Mal stand ich unter dem Raum oder, äh, direkt neben dem Raum. Kann auch einfach nur eine Fehlposition gewesen sein. Oh, wow. Ich werde gemubbt. Hm, ja, nee. Gemubbt von die Spiel. Nö. Ich weiß ja nicht. Doch, es muss da dran liegen. An was sollte es denn sonst liegen? Hm. Nein, ich möchte darauf keine Antwort haben. Okay. Hab's mir anders überlegt. Ich will's nicht hören. Das kann auch echt sein, dass wir hier an einer echt kack Position gebaut haben. Mhm. Weil, äh, das Wasser noch nicht hoch genug kommt. Kann sein, dass das ein bisschen dauert, ne? Mhm. Obwohl, kann man hier ein Algen-Ding reinbauen? Äh, ne, ich glaub, da geht das nicht. Ähm, wir haben keine Pilzdinger. Keine Pilze haben. Aber wir haben einmal Dünger. Brauch ich Dünger? Nein, ich brauch keinen Dünger. Was für Pilze brauchen wir dann? Ähm, damit wir den Bio-Klumpen herstellen können, damit wir Algenzüchter machen können. Oh ja, wir haben keine Pilze. Mhm. Die Nahrungstüchter hab ich schon gebaut, das ist nicht das Problem. Ja, Pilze hab ich bis jetzt auch nirgendwo gesehen. Hh, 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 hh. Die Nahrungstüchter werden ja auch nirgendwo gesehen. Wir haben aber hier ein Verkauf ein bisschen. Und wir haben ja nur die Menschen in وقت. Wir haben ja die nicht nur auf, weil wir uns nach allem an und nachdenken. Oh, okay, zwei doofe, ein Gedanke, cool. Okay, wir sind zumindest schon mal bei 3,2 Mikrokelvin. Ich glaube, ab 5 Mikrokelvin fangen an, die ersten Höhen zu schmelzen. Oder die ersten Wände. Okay, nice. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oh, übrigens. Hm? Mein Spiel sagt mir, dass ich ein modded Spiel habe. Cool. Ich habe kein modded Spiel. Deswegen konnte ich wahrscheinlich auch die Stützen bauen. Hm. Hm. Komisch. Komisch. Ja. Ich bin schon seitdem. Ich bin schon seitdem. Okay. Ja. Ja. Das ist ein Glas. Ja. Ja. Oh, das sind wir eigentlich ja schon. Sehr gut weit gekommen. Na, auf jeden Fall. Einiges geschafft heute. Oh. Unseren ersten Blümchenverteiler haben wir jetzt auch. Super, dann würde ich eine vom Dach darunter nehmen. Schon passiert. Super, die 600er, ne? Goldene Blümchen. Weil jetzt sind wir dann nämlich... Oha, wir haben einfach das... Wir produzieren jetzt das Doppelte an Sauerstoff wie eben. Ja, ja, ich weiß. Das ist halt das Gestörte dabei. Das ist ja ultra krass. Muss halt direkt drauf gehen. Ja. Das ist echt mega krass. Und das nur durch einen Blümchenverteiler. Mhm. Ich meine, das ist ja nicht der letzte, den wir bauen können. Und wir machen halt jetzt auch, äh... Fast neun an Biomasse mehr. Neun Gramm pro Sekunde. Okay, nice. Da waren wir nämlich vorher so im 0,9 Bereich. Und jetzt sind wir im 9,96 Bereich. Nice. Just. Und wir haben 13,6 Prozent von flüssigem Wasser, beziehungsweise bis zur nächsten Stufe vollendet. Nice. Mhm. Da haben wir auf jeden Fall schon einiges heute geschafft. Mhm. Ja, und dann machen wir Donnerstag ein Once-Human-Run. Mhm. Und danach dann Planet Crafter. Ich weiß nicht. Ähm... Das muss man sich ernsthaft überlegen, ob man die, ähm... Wie heißt das gleich noch? Die Saisonsachen mitmacht oder nicht? Mhm. Weil die dauern wahrscheinlich wieder länger. Außer natürlich, wir erledigen da, äh, da schon irgendwie acht Stück auf einmal, weil wir so viel gemacht haben. Ja. Sowas wie Schalte 25, Teleporter frei, bup. Fertig. Ja. Aber die haben heute wieder ein Update rausgehauen, das fand ich ganz cool. Ja, ja, weil wie der Dienstag ist, weil ja wieder der neue Bereich beginnt. Ah. Genau. Irgendwas ist hier geschwäst. Weil es ja jetzt ein neuer Bereich freigeschaltet wurden. Ja, bei uns auch. Es leuchtet grün. Grün ist heiß. Nee, es leuchtet weiß, aber die Umgebung leuchtet grün. Oh, wow. Mhm. Cool. Was gibt's denn da unten, außer Osmium? Thron. Uh, ja. Nehmen wir mit. Und schon wieder keine Pilzsamen. Ja, ja, genau. Das war jetzt eigentlich die Hauptidee, warum ich hier jetzt langgelaufen bin, weil ich mir dachte, ähm, die Oberfläche könnte frei geschaufelt werden und, äh, wir sollten Sachen bekommen. Ja. Und Inventar schon wieder voll. Ja, deswegen sortiere ich gerade aus. Das hier könnte jetzt auch eine relativ easy Abkürzung sein zum, äh, zu einer Uranhöhle, wenn wir Glück haben. Oder auch nicht, oder? Ja, gut, es ist halt noch Eis vor, ne? Ja. Aber das schmilzt schon, oder? Ja. Und das ist die Iridium. Oh, ja, Bio-Klumpen. Yep. Wir können einen Algenzüchter bauen. Nice, auch wenn wir den nirgendwo hinsetzen können. Gut. Ich glaube, es würde vielleicht Sinn machen, wenn wir noch ein bisschen Iridium finden, dass wir noch eine Rakete für Luftdruck abschießen, damit das auch über die 1000 kommt. Ja, dann kannst du in dieses Feuergebiet gehen. Da liegt ja überall Iridium rum. Stimmt. Und dann, genau, lauf mal da links, bisschen links, das ist rechts. Genau da, Richtung diesem, äh, Torbogen. Ja. Oh, wow. Was? Wow. Honkos Maximus. Ich warte noch kurz ab, weil ich werde jetzt nochmal sterben, wegen was zu trinken. Ja. Das sind sonst Essen, ein bisschen Essen. Und, ähm. Ah. Genau. Genau, weil wenn wir dann, ähm, den Luftdruck noch erhöht haben, dann erreichen wir das Ziel mit den Seen schneller. Und dann hoffe ich, dass wir hier bald mal Wasser haben. Ja. Ähm, warte mal eben. Sag mal, ein bisschen langsamer was. Ähm, okay, warum? Ein bisschen länger? Ähm, ähm, ich weiß aber nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, man hört, man hört deine Kopfhörer. Wie, man hört meine Kopfhörer? Ähm, man hört die Musik, die du hörst. Ja, natürlich hört man die Musik, die ich höre. Die Musik ist ja im Stream auch an. Nee, nur, ähm, in Discord habe ich nur deine, äh, Mikrofonspur. Ach, in Discord? Hä, wie, wie geht das denn? Ja, das, äh, wollte ich gerade hören. Also habe ich zumindestens den Eindruck. Ja, ich habe die Musik mal ein bisschen leiser gemacht. Oder? Ja. Ja. Langsam reden. Okay, nee, das ist dein, äh, die, die, wie heißt das, die Soundunterdrückung. Okay. So kann ich Musik wieder ein bisschen lauter machen. Äh, ja. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum das mit dem Regeln nicht klappt, wenn ich das auf dem Mischpult regle, dass das in OBS nicht angezeigt wird. Lol, ich höre deine Musik. Hä? Äh, du, was hast du als Mikrofonquelle ausgewählt? In OBS oder in, achso, nee, da, ja, die Broadcast-Dingsbums. Ja, und dann, äh, musst du mal im GoXLR auf dein, ähm, wie heißt das gleich noch? Äh, auf dein Routing gucken. Routing, ja. Weil wenn du da natürlich, äh, die Musik mit auf dein Broadcast drauf hast. Oh. Dann wird die natürlich mit eingespielt. Ja, habe ich nicht mehr. Okay, was? Muss ich dann, achso, Moment, bei dem Broadcast-Stream-Mix brauche ich dann, Moment, äh, ist weg denn ein OBS? Das ist ja only audio source for your stream. Das will ich ja nicht. Ich habe ja ganz viele Audioquellen. Genau. Und dann nimmst du eigentlich alles runter, was du nicht brauchst. Ja. Ja, gut, da läuft ja nur mein Mikrofon dann drüber quasi. Genau. Nein. Jetzt bin ich hier hingekommen, um mir Iridium zu sammeln und jetzt sterbe ich gleich, weil ich keinen Sauerstoff mehr habe und ich habe noch nicht ein Iridium gesammelt. Und du bist nicht in das Haus am Anfang gegangen? Natürlich nicht. Warum denn? Ich mag das nicht, wenn ich nicht nach Hause teleportiert werde. Ach, das ist doch einfach nur ein Zwischenspeicher. Ja. Ja. Ah ja, und ganz wichtig, ähm, warte eben, brauchen wir eben eine Hütte, damit ich dir das einmal zeigen kann. Ähm, wenn du in deinem Go XLA drinne bist, ne? Ja. Äh, warte. So. Äh, dann hast du den Devolt hier. Mhm. Drücke hier auf Speichern. Weil sonst deine sämtlichen Einstellungen, wenn du jetzt den Rechner neu startest, sind dann wahrscheinlich weg. Das gleiche hast du hier auch Mikrofon. Das musst du auch einmal speichern. Was? Wo habe ich Mikrofon? Wenn du hier unten... Ach so, da, ja. Mikrofon, dann hast du hier den Speichern. Ja. Und unter System, Global Settings, Load Profile on App Exit, wähl das aus, was du als Standard ausgewählt hast bei dir jetzt aktuell. Warte, 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 warte. Was? Wo? Ach, Load Profile, da. Ja, Default. Ja, gut. Wenn du auch dein Default gespeichert hast. Ah, ich kann mein Stream Deck connecten. Mhm. Was? Das macht man nicht ohne Sauerstoff, ne? Doch, macht man. Habe ich gerade. Oh, ich habe hier noch was gefunden. So. Dann probieren wir das Ganze nochmal, weil ich glaube, ich habe immer noch zu wenig Iridium. Ja. Ne, gar nicht wahr. Ich habe genau neun Iridium. Noch einen, einen düsen Antrieb zu machen. Richtig. Ja. So, dann brauche ich Silizium für Luftdruck. Also das Einzige, was du jetzt noch hast, ist, ähm, äh, dein, dein, wie heißt das? Das Noise Gate, das cuttet dich komisch ab. Ja, da hatte ich eben schon das Gefühl, dass es das tut, aber ich habe eigentlich gar kein Noise Gate drin. Oder macht ihr das automatisch? Das macht er automatisch. Das ist dieses, äh, damit der, äh, was du eingestellt hast, damit deine Lüfter nicht mit aufgenommen werden. Und wenn du dann halt, äh, zu leise sprichst und zum Teil auch bestimmte Wörter oder Laute von dir gibst, also sowas wie, hm, dann kann es passieren, dass, hm, abgeflacht wird. Hm. Genau. Also da ist es jetzt nicht passiert, aber es kann halt passieren. Verdammt, ich habe mich verlaufen. Ja, das, damit beschäftige ich mich dann. Ja, genau, da musst du wirklich, ähm, am besten einen Discord-Call machen, ohne eingeschaltete Sound-Unterstützung von Discord. Und, äh, Spaddy, ich, irgendwer, ähm, macht dann mit dir zusammen die Einstellung. Ja, ja, ich werde die, denke ich, mal mit Fabi machen. Der, äh, also ich werde mit ihm auf dem Teamspeak hocken, ich werde durchgehend irgendeine Geschichte erzählen und er macht in der Zeit alle Einstellungen. Was? Okay. Wie, was? Ja, 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 das war so ein bisschen stumpf. Ey, wieso? Oh, oh. Verstehe ich jetzt nicht. Hm. Ja, nicht schlimm. Oh, toll, jetzt bin ich runtergerutscht. Verdammt. Ja, mal ein bisschen zu viel Schwefel, kann das sein? Ja, weil der, den Miner müsstest du mal umpositionieren. Mhm, mach ich gleich. Äh, ich stelle den ins, ähm, Aluminiumfeld. Weil ich glaube, Aluminium werden wir noch eine ganze, 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 ganze Menge brauchen. Ja, auf jeden Fall. Oh. So. Kannst du mir einmal deine Koordinaten und Links vorlesen? Äh, minus 300, 81 und 500 ungefähr. Oh, verdammt. Bist ein bisschen weit weg, sagst du? Mhm. Hm. Oh, Uran. So. Oh, wir haben schon 10. Ja. Ich wollte aber noch zurück ins Haierbettchen finden. Was? Ich bin im... Verstehe ich jetzt nicht. Ich bin im Startgebiet gelandet. Ich bin im Startgebiet gelandet. So. Sie dürfen Dinge tun. Oh, Iridium. Wo ich nicht drankomme. Ich sag dir ja. Ey, das ist unheblich. Wir haben uns die falsche Region ausgesucht. Hier ist schon Wasser. Ja. Aber dafür ist hier hinterher ein schöner Wasserfall. Ja, also 81, ne? Ist die Höhe übrigens. Wie 81? Ja, du hast ja minus 300, 81, minus 500 oder 500, ne? Mhm. 81 ist die aktuelle Höhe. Und auf welcher Höhe ist schon Wasser? 15. Was? Also es könnte irgendwo ganz unten in dem Loch vom Wasserfall... Könnte vielleicht ein bisschen Wasser sein. Bis morgen, Lala. Gute Nacht und schlaf gut. Schlaf gut. Ja, du musst eindeutig die Rakete losjagen. Ich bin auf der anderen Seite der... Eiswand. Wir müssen bei 5 Mikrokelvin sein. Ich hab schon eine Rakete losgejagt. Ah. Aber jetzt war Sauerstoff dran. Ach, Quatsch. Ne, gar nicht. Ähm, hier, Luftdruck. Ah. Wärme hab ich eben schon gemacht, eine. Bye. Okay. Dann versuch ich mal... Oh, nö. Die haben den Planeten angepasst, die Schweine. Hehe. Uh, Uranstab. Brauchen wir. Die Pflanze brauchen wir auch. Den Rest nicht. Noch nicht. Vorher konnte man nämlich hier einfach, äh... drüber. Hm. Ich pack' Iridium und... Oh, wir haben noch einen Iridiumstab. Yay. Äh... Bau doch einfach eine neue Truhe. Für Schwefel und für Uran. Hm. Das macht unfassbar viel Sinn. Hm. Alter, die Taschenlampe bringt ja mal hinten und vorne gar nix. Ne, ne? Es ist einfach richtig furchtbar. Das ist ansatzweise lächerlich. Danke, Zuschauer. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend und gute Nacht und so. Boi, boi. Oh, noch ein Uranstab. Also, wenn das so weitergeht, kann ich gleich einen neuen Reaktor bauen. Hahaha. Ist mir die Frage, ob das so der Ziel war, äh, das Ziel war. Nee. Eigentlich wollte ich nur... Ja, doch. Ich wollte Uran finden, damit man einen Reaktor bauen kann, aber... Ich wollte hier eigentlich nicht auf, äh, irgendwelche Tauchaktionen gehen. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Hm. So, was sagen denn unsere Werte? Also, wir sind bei den Seen gerade bei 22,65% angekommen. Da ist noch deutlich Luft nach oben. Oh, okay. Ähm. Soll ich noch eine Heizung machen? Ja, kannst du gerne. Silizium, Titan, Alubstab. Bitte lass mich hier weiterkommen. Hm. Oh. I did an Opsi. An Opsi. An Opsi. Bei wie viel Mikro-Kelvin sind wir? Weiß ich nicht. Kann ja auch gerade nicht nachgucken. Ich würde gerade sagen, hm. Ich bin leider gerade mit den Uranstäben spazieren gegangen. Das ist gar nicht so schlimm. Hm. Sauber. Sauber. So, wir sind bei 2000 Mikro-Kelvin. Ähm. Gleich 5. Also 4,89 Mikro-Kelvin. Ah, sauber. 2000. Äh. P? Was ist P? Äh, Pascal-Kelvin. Nee. Pascal ist Druck. Das macht keinen Sinn. Dann Pico? Das kann sein. Pico-Kelvin. Äh. Ich hab mich mal aus der Welt geglitscht. Oh. Oh. Ich bin zu Hause. Oh. Fast. Äh. Naja, ich wollte gerade sagen, noch musst du einen Raum finden, wo du mal ganz gut sicher bist, ne? Oh. Guck mal. Ich kann da ansatzweise was sehen. Oh. Hä? Na, ich hab gerade unsere Base gesehen. Ah, okay. Ja, die Wärme ist auch das, was jetzt gerade am schnellsten vorangeht bei uns. Mhm. Obwohl wir alles relativ auf dem gleichen Level haben. Am wenigsten, äh, von Luftdruck mit 1600 Nanopascal pro Sekunde. Ja. Naja, ich komm gleich mit zwei 600er Pflanzen. Das ist gut, dann brauchen wir nur noch Blumenverteiler, aber dafür bräuchten wir, ne, wir können keine Blumenverteiler bauen. Oh, warum das? Weil wir dafür Dünger brauchen und für Dünger brauchen wir, äh, Algen und für Algen brauchen wir einen Algenverteiler und für den Algenverteiler brauchen wir Biostoffklumpen und für Biostoffklumpen brauchen wir Pilze. Ich hab zwei Biostoffklumpen am Stüssel. Das ist ja quasi ein Traum. Oh ja. Dann können wir jetzt, naja, könnten wir, wenn wir Wasser in der Nähe hätten. Du könntest nochmal in das Loch vom, äh, Wasserfall gucken. Hm. Das ist der Wasserfall, ne? Ja. Ach, Heimat. Nach fast 20 Minuten. Ich wollte gerade sagen, du warst jetzt echt ewig unterwegs, ne? Ja, nur weil ich da vorne abgestürzt bin. Hm. Hier ist gar nichts. Hm. Und das Loch ist auch auf Höhe 51. Hm. Ja, also das dauert noch, bis wir hier Wasser haben. Hm. Mhm. Das ist ja jetzt schlecht. Och. Das ist, ähm, tatsächlich sehr richtig, ja. Ja. Ja, 50 ist so das Geringste, was wir hier an Höhe haben. Uff. Das ist wirklich uff. Wenn das, wenn das Wasser gerade erst bei, ähm, bei 18 anfängt, ich glaube, dann dauert das noch ein klitzekleines bisschen. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre gucken, ob wir noch irgendwie Mats für zwei Raketen zusammenbekommen. Dass wir noch einmal Wärme und einmal Luftdruck in die, äh, Umlaufbahn schießen. Hm. 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 Hm, dass das Ganze ein bisschen schneller vorangeht. Hm. Also wir haben noch ein... ...Uranium. Äh, du hattest ein... ...ja. Was? Oh, nix. Achso. Du machst noch einen zweiten großen Reaktor, ja. Oh, warte. Ja. Ich muss noch eben Schwefel und ein Iridium. Also wir haben noch einen Iridium-Stab und könnten noch einen Uranium-Stab machen. Ich überlege gerade, jetzt, da wir wieder mehr Strom haben, könnten wir natürlich auch noch einen Bohrer und eine Heizung bauen, ne? Erstmal. Ja, wir könnten auch anfangen, mal die großen Heizungen zu bauen. Nee, können wir nicht. Die haben wir noch nicht freigeschalten. Naja, aber wir könnten die kleinen hier abbauen. Ist da nicht auch jeweils ein Stab drinne? Achso. Ähm, nee. Da sind Iridium-Erze drin. Ja. Da sind jeweils zwei Iridium-Erze drin, deswegen, das funktioniert leider nicht ganz so gut. Ups. Die haben wir noch nicht verbunden. So, beim Druck sind wir dann jetzt auch bei 2000. Warum sind wir bei Wärme? Achso. Also fünf Heizungen entspricht einer großen Heizung. Okay. Ja, das passt ungefähr mit den Kosten von einem Iridiumstab. Ja, nee. Du kriegst da mehr bei raus. Also ein Iridium sparst du. Ja. So. Ich guck mal, dass ich noch Pflanzenstoffröhren oder Pflanzenröhren Stufe 3 baue. Erstmal, bis wir weiter... Moment. 108 Sauerstoff und... Ja, da macht wahrscheinlich der Grasverteiler mehr Sinn, ne? Mhm. Ich guck mal, dass ich noch zwei Grasverteiler baue. Zwei davon... Zwei davon... Weil dann produzieren wir ja auch gleichzeitig noch Biomasse. Ja. Was ja auch noch mal ein paar Punkte gibt. Mhm. Genau, bei Sauerstoff sind wir dann jetzt nämlich auch auf 2000. Beziehungsweise 2165. Ähm, du hast gesagt, du hast Bio-Klumpen. Ja. Ach so, ja, Moment. Die Bio-Klumpen brauchen wir für den Algen... Genau. ...Generator. Das ist schon traurig. Mhm. Ziemlich. Oh. Hm? Nee, ist nur eine Spiegelung. Ach, shoot. Ja. Mach mir doch nicht Hoffnung. Sorry. Echt. Ja, ich fürchte wirklich, dass das... Ach so, ich weiß, welche Spiegelung du gesehen hast. Da habe ich auch schon dreimal gedacht, oh ja, wir haben ja nicht Wasser, aber das Spiel so, nö. Hier wird nicht. Mhm. Das Einzige, wo man gucken könnte, das wäre jetzt eine echt dumme Idee. Mal gucken, ob die funktioniert. Ähm, ich glaube, hier hinten kommt irgendwann mehr. Sicher, dass es jetzt schon kommt? Ja, da will ich jetzt gucken gehen. Okay, mach das. Das wird auch das Letzte sein, was ich heute mache. Ich mache noch eine Wärmerakete, äh. Oh. Brauchst du dafür Iridium? Ja, wir haben noch genau neun Stück da. Brauchst du die? Äh, nee, ich habe nämlich, äh, einen Iridiumstab genutzt für eine weitere, äh, Wärme, äh, Heizung. Hm, ist jetzt die Frage. Luftdruck oder Wärme? Wärme haben wir, äh, machen wir 2655 Pico-Kelvin pro Sekunde und, äh, äh, Luftdruck machen wir 2000 Nanopascal pro Sekunde. Äh, ich würde gucken, was in der Forschung... Was mehr bringt, ne? Genau. Also, bei Wärme schalten wir als nächstes das Bio-Domstufe 2 frei. Mhm. Und bei Luftdruck den Gasextraktor. Ja. Ich würde auf Wärme gehen. Den Gasextraktor brauchen wir jetzt sofort noch nicht. Wollte ich gerade sagen. Also irgendwie beides kann... Und da sind wir auch noch definitiv weiter von entfernt, als von dem Bio-Domstufe 2. Ja, dann mach den Bio-Domstufe 2. Ja. Also, es sieht nicht danach aus, als ob hier irgendwo ein Meer ist. Hm. Ne, es ist klägliche Wüste. Ups. Ey, ich hab das Falsche mitgenommen. Mit Magnesium kriegt die Rakete, die gestartet. Hm, ne, wird ein bisschen schwerer. Hm. Ja. Die Fläche ist hier auch auf Höhe 61. So, da startet unsere nächste Rakete. Und auch die letzte für heute. Definitiv auch die letzte für heute. Oh, da. Ja, da kommen schon die Kometen geflogen. Oh, wow. Ja, ne, hier passiert nichts mehr. Oh, wow, jetzt machen wir fast 4000, äh, Pico Kelvin pro Sekunde. Mhm. Warnung, Nahrung, kritisch. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist okay für das Ende des Streams. Da muss ich jetzt auch nicht zwingend noch was naschen. Was? Ich meine, theoretisch, bis wir die, äh, die Pilzsaben gefunden haben, kann ich hier auch erst mal was anderes einpflanzen, was uns noch ein bisschen Nahrung zusätzlich gibt, oder? Ja, auf jeden Fall. Dass da irgendwas wächst. Ja. Super. Gut, nächste, nächsten Stream kümmern wir uns dann noch ein bisschen um den Luftdruck, dass wir den noch höher kriegen, damit wir, ähm, schneller an Wasser kommen, an flüssiges Wasser hier, wo wir sind. Ja. Oder ich lasse den PC einfach über Nacht laufen. Ähm. Das kannst du natürlich auch tun. Nee, das wäre ja langweilig. Ja. Also würde ich jetzt sagen. Ja, ich meine, ab einem gewissen Punkt geht es sowieso gefühlt gar nicht mehr weiter, aber trotzdem, das, das machen wir schön, alles im Stream. Ja, vor allem, wahrscheinlich ist es, wenn wir eben eine Viertelstunde Ressourcen jagen und, äh, noch eine Rakete hochjagen, haben wir damit mehr, äh, Äh, freigeschaltet, als würden wir jetzt den PC über Nacht laufen lassen. Auf jeden Fall, davon gehe ich auch aus. Was wir uns auf jeden Fall als nächstes holen müssen, ist, ähm, äh, die Jetpacks. Ja. Die sind geschwindigkeitstechnisch unschlagbar. Hm. Und was wir dann gucken können, ist, wenn wir auf zwölf, ähm, Mikrokelven sind, äh, dass wir das Biodomstufe 2 bauen. Das wird sauerstofftechnisch wahrscheinlich auch nochmal einen super Boost geben. Mhm. Ich weiß gar nicht, macht das auch Biomasse? Nee, das macht nur Sauerstoff. Aber trotzdem. Das wird nochmal einiges machen, denke ich. Wow, mir fehlt ein Titan. Ja. Wow. Genau, das ist dann der Plan für das nächste Mal Planet Crafter. So, jetzt schaue ich noch eben, ob Pinky vielleicht live ist. Oder irgendwer anderes. Dann würde ich mich nämlich auch verabschieden und einmal zu, ähm, Anni rüber raiden. Und ja. Wow, es streamen gerade echt verdammt wenige. Ja, es ist auch Dienstag. Dienstag ist irgendwie streamfrei. Irgendwie schon, ne? Ja. Und ich glaube, die Zuschauer, die gerade da sind, sind wir beide uns gegenseitig. Ja, ich glaube auch. Sollen wir es einfach so ausmachen? Das können wir natürlich auch machen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist viel zu laut. Oh mein Gott. Das war viel zu laut gerade. Dann musst du das runter regeln. Oh ja, das habe ich gerade getan. Also zumindest schon mal in Stream Elements. Also in OBS. Oh, ich bin so gut. Oh ja. Ich guck mal eh.